Ahoi Kapitän und Willkommen zu einer neuen CETA Party. Ich habe jetzt den Überblick verloren, ist die zwölfte? Kann das sein? Agalex im tiefsten Süden. Ich weiß das auch nicht genau. Eine habt ihr ja alleine spielen müssen, weil ich keine Zeit gehabt habe. Stimmt, habe ich gar nicht mitgezählt. Ist egal. So, jetzt wollen wir wieder umschalten. Da bin ich wieder. So, ob nun zwölf, dreizehn oder elf, spielt eigentlich keine Geige. Die anderen werden leiden heute. Ich hoffe, dass jedenfalls ich befürchte das auch, dass wir das sehen werden. Ich habe schon nicht mehr gespielt, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Ich habe einfach keine Zeit momentan. Scheiße, real life, ey. Du weißt immer auf die Zitadelle zählen und dann kann das auch irgendwie die retten nah genug ran. Alles gut. Ja, genau, alles gut. Dann würde ich doch mal sagen, fangen wir doch mal hier mit der Division an. Das wäre so ein Kreis. Das wäre aber ein Einstieg, ne? Das wäre es. So, guck mal. Und dann haben wir das doch auch. Sehr gut. Hast du da gleich die italienische Schönheit? Ist das dein Ernst? So ist das. Okidoki. Wir müssen ja irgendwo mit anfangen und ja. So, du bist bei mir immer noch offline bei Twitch. Das nervt. Ich bin offline bei Twitch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und mein Freund Let's Play WoWs ist abwesend. Warte mal, ich muss das mal neu starten. Ich verstehe das nicht mehr. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich habe das nicht nur bei dir. Äh, Käpt'n, das ist nicht nur bei dir. Ich habe das bei anderen auch. Jetzt habe ich es live. Ja, ich wollte mit all dem Mützen-Freeze. Also, auf geht's. Los. Komm. Ja. Warte, ich muss hier noch einmal kurz. So... Und... Aufi. Also, ich bin mal zurück. Ins Gewicht. Sorry, bin immer noch ein bissl erkältet, aber wird schon werden. Ja, ach du. So, sagen wir den anderen einen husten ist das okay. Ach, wir saßen ganz bescheuert auf einer Auktion direkt an der Tür, meine Frau und ich. Und er hat irgendwie vom Gewerbeaufsichtsamt die Anordnung, jede Stunde drei Minuten zu lüften. Und das hat uns beide so damals umgebatscht, dass wir zwei Tage später wirklich dann flach gelegen haben. Und ich bin es jetzt so ziemlich los, aber noch nicht ganz. Ziemlich dumm, das bei draußen minus 15 Grad. Aber was willst du machen? Wenn der Saal voll ist, musst du auf deinem Stuhl sitzen bleiben. Das stimmt. Hättest natürlich mal vorne ein paar Zitas schießen können und hättest ein bisschen Platz gemacht, aber naja. Ich hab viel Geld ausgegeben, von daher alles gut. Und das Einstiegsmatch ist schon wieder ein Siebener, wie schön. Hast du was anderes erwartet? Das ist doch Murphy's Law. Ich knall mir erstmal ein Wigbombom rein, vielleicht muss ich da ein wenig erhusten. Okay. So, also. Die Frage ist, wo wollen wir hin, wenn ich mir das so angucke? Pio, eigentlich... Sie sind ja Chief of Navigation. Ich werde gleich wieder umladen auf AP, nicht, dass wir das... Du, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind relativ gut besetzt an D. Lass uns mal Richtung A. Ähm, okay. Weil da fahren zwei Zerstörer rüber Richtung D. So wie ich das sehe hier, die beiden vor uns. Oh, das ist ja fast, fast keine Zerstörer im Spiel, sehe ich jetzt das. Ja, 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 vielleicht sollten wir doch erstmal HE nehmen. So wird er extrem zitterfreundlich, ey. Zweikreuzer. Ja, das ist wahr. Was haben wir denn an Kreuzern auf der Gegenseite? Warte mal. Oh, ist ja böse. Einen Nürnberg und einen Marblehead. Also die Nürnberg ist ja prädestiniert. Die haben einen Zerstörer... Ne, die haben einen Kreuzer... weniger als wir. Ja. Für ein Schlachtschiff mehr und fünf Zerstörer auf jeder Seite. Na, herzlichen Glückwunsch. Und wir load hier. Ja. I love this game. Also eigentlich würde ich jetzt schon sagen, das ist ein typisches HI-Game, ne? Als Schlachtschiff. Eigentlich schon, aber ich lasse jetzt AP drin. Ja, ich lasse es auch erstmal drin. Ey, rennen wir nicht so. Wieso? Alter Mann ist kein D-Zuch. Ja, weil ich aus Versehen noch nicht auf Full Speed war. Ei, 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 ei. Naja, ich schicke dich vor als Katzenfutter und räume dann die Räume. Ja, genau. Genau, du kannst dann hintenrum so ein bisschen das wegschießen, was ich angeschossen hab. Habe ich da gerade ein Déjà-vu? Nein. Ha, ha. Ha, ha. Nein, 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 nein. Oh, eine Lyon. So. Und eine Minsk. Das ist alles gut und schön, aber das hilft mir jetzt nicht. Ich brauche einen Nürnberg. So. Die Minsk gibt der Gas. Hätte, hätte Paragatkette oder wie? Genau. Alter Mann. Der fährt da so durch. Einen Nürnberg. Einen Nürnberg. Ja, ich sehe sie und die sind Reichweite und ich darf... Ja, 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 ja. Und die ist nicht immer in Reichweite. Der ist sogar da, wo er hingehört. Nochmal lieber. Ähmliche Berge geht weg. Ah, Nürnberg, Nürnberg, Nürnberg. Ja, Nürnberg, komm. Du willst dir jetzt rücken? Und die erste zieht er, natürlich. Aber pass auf, bekomme ich vielleicht den ersten Kindestarget. Ja, Logo. Den kannst du dir auf jeden Fall holen jetzt. Äh, steht der? Ja, der wird wahrscheinlich rückwärts fahren. Der fährt rückwärts. Weiß er. Naja, die Hälfte ist im Berg hängen geblieben. Aber könnte reichen soweit, wenn ich die Ehe rüber geklaut habe. Nö. Oh, ich hab nochmal die Chance. Och, weg ist er. Die Lyon hat ihn sich geholt. Und was ist das hier? Die Emerald wird von der Gatschamada rausgetorben. Mal ganz ehrlich, was macht da auch eine Emerald da vorne? Ja. Irgendwas piept. Bin ich das oder bist du das? Also bei mir piept nichts. Ich bin heute den ganzen Vormittag amok gelaufen. Das Tablet von meiner Frau lag piepend irgendwo unter der Decke. Ja, also ich hab hier ständig so ein Didi. Nö. Ich hab auch nichts auf den Ohren. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn mal nichts da wäre. Also ich kann da aber jetzt auch wirklich nichts erkennen, wo jetzt irgendwo noch... Schon mal auf die Minimap geguckt? Wir haben so richtige Pussygegner. Ja, stimmt. Wo sind die eigentlich alle? Also ich würde jetzt einfach mal ganz da... Guck mal, ich würde jetzt sonst einfach auch sagen, dann doch lieber jetzt nochmal hier auf HI laden gleich. Denn CITAS ist ja auf die Zerstörer eh nicht drin. Meine Schlachtschiffe können kein HI schießen. Ah, geht auch mit APE. Ja, da ist auch noch ein Shinonome. Ne, ich werde HI. So, 2-9 auf die Gatchamada. Ich denke mal, wenn das HI gewesen wäre, hätte der sich richtig bedankt. Also wir haben hier drei Zerstörer, ne? Ja, ich bin schon... Oh, scheiße. Wir haben keinen mehr. Die Akatsuki ist noch da. Das war's. Na, Minsk, da kriegst du ein Problem. Nee, kriegt er nicht, wenn wieder panassianische Torpedos sind. Ja, stimmt. Einmal die Basis verteidigt, aber das Problem ist einfach, dass der wirklich... Ich hab echt gedacht, der kriegt... Der kriegt auch nicht einen eingeschenkt, aber... Nee. Also jetzt sind die DDs wirklich schon lange genug im Spiel, dass man wissen müsste, dass man damit kein gegnerisches DD trappetieren kann. Oh, das ist funny. Die Lyon. Oh. Da hat die Akatsuki da mal reingetorbt und hat ihn auch getroffen. Nice. Aber dann ist noch einer drin. Ja. Ja, jetzt schaut's wieder besser aus. Und B ist die Shinonome. Also... Und ich bin entdeckt hier vorne, da. Ja, das ist die andere Shinonome. Ja. Ich will nicht auf die Shinon, ich will auf die Katsch. Ah, 6... 6-1. Also gut, dann doch auf die Shinon. Also, schön mit Hi. Oh, Akatsuki ist weg. Konische Runde. Oh, kuscheln. Ja, einfach mal sagen, wir sind jetzt hier sehr, sehr nah beieinander. Und da kommt dann auch schon die Lyon. Ja, wir müssen jetzt irgendwie... Der schießt auf mich, ist ja klar. Der... Statt auf dich zu schießen, schießt er auf mich. Trifft mich auch noch. Ja. So, von mir kriegt er erstmal HE. In dem Tarkov-Stream würde ich jetzt sagen, das ist ein Stream-Sniper. Aber das ist ja... Bei W&W ist nicht so. Das kannst du auch kriegen, das brauchst du auch nicht. So, die Frage ist, wo ist die andere Lyon? Lass uns abdrehen. Genau, drei Zielen auf mich. Lass uns bitte abdrehen und nach B zurückfahren. Ja. Weil sonst endet das hier relativ schnell, habe ich so was gehört. Ich werde der Lyon nochmal einen mitgeben. Und dann Waffen rum. Und wir können davon ausgehen, dass die beiden Zerstörer da dankbar auf uns warten. So ein Brand. Da kommen jetzt nochmal unsichtbare Kugeln von irgendwoher. Ich stehe unten. Die andere ist da hinten. Okay. Ja, also... Oh, Lyon. Oh, der hat gelöscht. Ist ja schön. Und da ist irgendwas gerade im Nebel. Naja, ich hab's gesehen. So, ich konnte ihn nochmal anstecken. Hör mal, da schießt einer mit AP von hinten und ich sehe den. Ja, das ist dieser andere Lyon. Ah, okay. Wo steht er dann? Hinter der Insel oder was? Ne, New York ist da auch noch. Siehst du das? Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. So, und unsere Lyon hier. Auch ein großer Fighter. Geht immer zu, dass er schön hinter den Fümmern bleibt. Angst hat er nicht. Aber dann soll ich schauen, dass er weiter HE schießt, weil da macht er mir keine Angst. Ah, jetzt krieg ich HE aus dem Leben. Ja, das ist jetzt die andere Lüge. Oh fuck. Oh 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 oh, aber die sind eher für mich als für dich. Hilf mir nicht viel. Einen hab ich gut natürlich mit Wassereinbruch. Es ist gestoppt. Naja, ich werd zwei mitnehmen müssen. Oh scheiße, dann kommt der Rest. Das sind die nächsten. Muss ich wieder einen mitnehmen. Ja. Thanks für den great support, Leute. Also ich werd definitiv sinken. Ich glaub nicht, dass der noch 20 Sekunden hinkommt. Bin schon weg. Keine Chance. Ja. What the fuck? Ja, genau. KKTM. Aber es ist ja eigentlich noch alles offen. Ja, alles gut. Es war ja irgendwo logisch, dass die auf uns torpen, aber was willst du machen? Da kannst du gar nichts machen. Da kannst du gar nichts machen. Da kannst du gar nichts machen. So, und die Gajamada ist jetzt acht Kilometer von mir weg. Das ist natürlich echt blöd. Ja. 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 Ich glaub jetzt ist es fantastisch. Naja, ich mein, diese Leon da, vom ACDC Clan, das ist auch etwas, ich sag mal überschaubar, was der so an Leistung da bringt. Ja. Der hat noch überhaupt keinen HP Pool verloren. Wie auch. Naja. Das Gute dran ist, es kann nur besser werden. Ja. Super. So. Boah. Genau. Fuscheln. Extrem geil. Ich fahr grad bei unserer Fuscheln mit. Ich schieß halt mal mit zwei Böllerchen auf die Oktoberrevolution, damit ich schön offen bin und fahr dann in Töpfel, damit er mich mit HE schön rausballern kann. Löst sich gleich in Luft auf. Wenn er mich vorher raustabt, bis der nachgeladen hat. Ah, okay. Glück habt. Boah, da ist die Gajamada. Da steckt er mich mit der letzten Salve echt noch an. Neuer Alarm! Faszinierend, wir sind wirklich wieder vorne. Aber die Fuscheln lebt nicht mehr lang. Suicide ist der Macht. Oh, der bleibt stehen. Ah, es gewinnt man doch. Hätte ich denn gedacht. Ja, abwarten, abwarten, abwarten. Noch ist hier gar nichts. Aber die Fuscheln ist gleich tot. Jetzt. So, fahren wir mal bei dir mit. Du bist denn so. Oh, da geht die Gajamada nochmal auf. Also. Hätte ich das gewusst hätte. Ja, gut. Alles auch raus. Ja, guck mal. 6000 nochmal auf die New York und einen kleinen Brand. Ja, und 700 zu 511. Und jetzt gehe ich da mit und sage, das haben wir gewonnen. Ja. Weil jetzt ist der Zerstörer raus. Ah. Weil da musst du ja echt immer noch aufpassen, wenn der drin ist. Wenn das ein einigermaßen vernünftiger Zerstörerfahrer ist, hast du wenig Chancen da was zu machen. Dass der de Lyon nicht rausgenommen hat, ist ein Wunder eigentlich. Hat er schlecht gespielt. Glück gehabt. So ne Glück. Ja, jetzt. Jetzt ist es im Endeffekt unverlierbar. Ja, also da muss schon viel passieren, ne. Guck mal, die Graf Spee, der kann ja auch ein bisschen was ab. Unser Lyon ist in D, ne in C und kämpft gegen die andere Lyon. Na gut. Der kriegt aber wahrscheinlich... Der hat nur noch 501. Guck mal, das ist ähm... Also mit einer Full-HP Graf Spee wäre ich jetzt direkt an die New York ran gefahren und hätte dem getrapt. Aber doch nicht so. Jetzt wackelt es wieder. Pass auf. Ja. Der erste ist raus, die Spee wird... Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Das kommt jetzt wirklich drauf an, weil der mit seiner New York fährt auch nicht tatsächlich in dem Sinne Torpedos. Ne, das glaube ich nicht. Ne, das ist vorbei. Schießt du immer noch HE? Ja klar schieß ich immer noch HE. Alter, zünder. Auf den New York eine Zita jetzt von hier? Hm, weiß ich nicht. Ich wollte den nochmal anzünden. Ja genau, schön nochmal ein bisschen anzünden. Aber das war ja eben auch gar nichts, ne? Darüber geschossen. So. Warum fährt denn der nicht ran und versenkt die ordentlich, ey? Weil er wahrscheinlich nicht so oft Zerstörer spielt. Und gar nicht so richtig weiß. Ah, ein Brand. Ne, Zerstörer. Und gar nicht so richtig weiß wie man Torpedos wirft. Meinst du? Ja. Kann ich mir vorstellen. Obwohl, obwohl der trifft. Jetzt rüfft dann. Ja, ja. Der trifft ihn auch richtig. Ei, drei Stück. Jo. Bomb. Sehr schön. So. Und jetzt ist das in der Tat unverlierbar. Ja, mal schauen ob ich letzter bin im Team. Ne, nie. 20.254 Schaden. Wie viel? 20.000. Okay. Guck mal, ich hab 75, 75, 1. Jetzt bräuchte ich noch 4. Mir gar nicht wahr. Ich bräuchte 6. Kann ja mal versuchen, mich mit 4 HP zurück auf die Map zu beamen. Dann kannst du mich wegschießen. Oh Björn. Bin eigentlich diesen Pink. Das ist ja diese geile Systematik. Naja, Pink und deine Mütze. Dann ziehen wir dir noch schwarze Lederklamotten an und es passt doch. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ja, wie heißen Sie? Franky goes to Hollywood. Ich war bei YMCA und den Village People gerade gedanklich. Auch gut. Auch gut. Dasselbe in grün. Bloß 10 Jahre früher. Alter Schee. Ja. Franky goes to Hollywood. Relax. Gute alte Zeiten. Geile Mucke. Absolut. Na, Lyon. Und? Och ist das nicht schön. Auch nochmal ein Brand. Löscht du denn gleich oder löscht du nicht? Oh, er hat gelöscht. Damage Counter zeigt an, er hat gelöscht. Dann fahre ich mal auf dem Kurs hier weiter, weil ich habe den Eindruck, der fährt da auch weiter. Und dann kann ich ihn entweder hier vorne noch einen verpassen oder gleich nochmal. Hehehe. Hehehe. Damn, he is shooting the scout plane. Oh ja, das ist natürlich ein ganz böses Kino. So, ich werde jetzt nochmal... Ah, ist alles vorbei. Ich werde gleich mal HE und dann anschließend kriegt er eine AP Salve. HE, dass er vielleicht nochmal brennt. Die zweite Salve wird wohl gar nicht mehr nötig sein. Ne, zur zweiten Salve komme ich gar nicht mehr. Sehe ich auch so. Wir haben ja schon mal 150. Jupp. Da muss die Graf Spee mir schon den Gefallen tun und sich da jetzt ins Schwert stürzen. Guck mal, jetzt hätte ich ja auch schon AP laden können, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr. Umladen ist jetzt schlecht, weil wenn ich ihn jetzt hier sehe... Oh, wollen wir mal abbremsen. Nicht zu nah ran fahren, sonst kann ich ihn gar nicht mehr beschießen. So, jetzt... Also der ist aber auch echt... Ah, da ist er. Ja, guck mal. Von mir hat er nochmal... Aber gerade noch... 6000 noch gekriegt. Und ein Brand. Ja, nett. Und nu? Tütüt. Was piept denn hier so? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung. Naja. Ein versinkt. Aber immerhin... Och, guck mal. Ja, ja. Ich hab's schon gesehen. Ja. 1,5. 71. 85.000. Ist ja auch okay. Jo. Ja, schick. Guck mal, so fängt man an. Ich war halt dabei. Ich war halt dabei. Du. Ich weiß ja, mittendrin statt nur dabei. Ja, auch mittendrin war ich. Ja. Ah, gibt aber trotzdem einen Container, ne? Was hat das denn? Container? Ah, Container, Container, Container. Ja, gleich aufmachen. Container sammeln. Oh, versuchen sie ihr Glück. Versuchen wir Mamas Glück, ne? Und? Nein. So, Container öffnen. Komm, keine Container. Warte dann. So, was ich hier gerade sehe, was mich so ein bisschen verblüfft, ist, wieso sehe ich eigentlich nicht, ob jemand online ist oder nicht. Ich habe hier gar keinen, muss ich da womöglich was Neues. Da hat nämlich Streamlabs, also da ist ja auch, die haben alle möglichen Sachen verändert. Und da muss ich jetzt einmal ganz kurz gucken. Mach das. Weil aus welchen Gründen auch immer haben die, wieso, wieso, wieso sehe ich das eigentlich? Hä? Ähm, also die haben jetzt irgendwie auch OBS noch mit geschluckt und da ist also richtig was am, am machen und tun. Aber ich müsste jetzt ja eigentlich online. Wo ist denn das? Da habe ich natürlich jetzt vorhin überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe alles mögliche nochmal gecheckt. Ähm, aber warte mal, da, View Account, ist das vielleicht, View Account, Save Settings. Bei mir steht 4. Bei dir steht 4? Ja, auf Twitch. Ach, auf Twitch. Ja. Okay. Ja, aber warte mal. Äh. So. Copy. Okay. Ich bin nochmal gespannt. Manche Sachen gehen ja sehr schnell. So. Und das ist jetzt Steuerung. Oh ja, das ist tatsächlich eine andere. Wir haben das umgestellt. Das ist eine andere URL. Was haben wir als nächstes? Und sie... Ja, warte mal. Da, da. Guck. Das haben wir als nächstes. Jetzt sieht man es auch. Also ich würde sagen, ähm, bleiben wir nochmal wieder im Firmware-Bereich. Und du müsstest wissen, was dann kommt, oder? Ja, klar. Habe ich schon, habe ich schon dastehen. Das ist ja sehr gut. Muss ich da was umbauen? Ja, ich muss was umbauen. Ich muss noch den, äh, Kapitän von der Nikolai zurücknehmen. Von anderen Schiffen. Wo bist du denn? Äh. Äh. Ähm. Ähm. Und nun? Ach. Das ist... Nikolai haben wir letzte Woche gespielt. Ja, ja. Ich bin hier auch so ein bisschen immer wieder irritiert. Macht er nicht? Hä? Also manche Sachen... Nein, das möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Das verstehe ich manchmal nicht, warum ich jetzt hier über das Mausrad nur den Ton leise drehen kann, aber nicht scrollen kann. Ich komme an meine Kapitäne da unten nicht ran. Äh, what? Ja? Ja? Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Warte mal, jetzt hab ich jetzt. Ah, jetzt hab ich... Na, ich hab Windows 10 hier als Basis. Und irgendwie... Aber ich hab das jetzt doch in den Griff gekriegt. Manchmal ist das ja alles sehr verbürfen. Also bei mir ist... Bei mir scroll da. Oh, das ist echt blödgelöst jetzt. Das war vorher besser. Also das war vorher wirklich besser. Mit dem Fenster da unten, das ist nicht dämlich. Ja. Ja, das hängt jetzt immer irgendwie so ein bisschen an uns. Genauso dämlich wie das Chatfenster. Boah. Aber... Doch. Lassen wir uns von solchen Kleinigkeiten... Ach. ...da irgendwie verunsichern. Ist doch mir egal. Definitiv nicht. Definitiv nicht. So, wir haben jetzt also... Ähm... Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt eine Zita. Warum sehen wir die eigentlich nicht? Ja, weil du der... Weil du der Chef-Eingeber bist. Ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Sieht da gut aus. Aber jetzt Verweigerung beim ersten Spiel schon. Oh, Mann, Mann, Mann. Aber noch gemerkt. Naja. Mit einer Abmahnung können wir es dann mal belassen. Ja, ja. Hör bloß auf, ey. Boah, irgendwie ist mein Kaffee bissl stark geraten. Hab ich so das Gefühl, ey. Puh. Voll die Flatte. Also irgendwie... Das ist alles sehr eigenartig. Das hat doch vorhin noch funktioniert. Oh, ein Vierer, Fünfer. Nice. Ja, nur dann kümmere ich mich da gleich nochmal drum. Also erstmal das Gefecht. Ähm, hoch gegen Zeria. Betonje, König. Ich. Jetzt mal... Das schaut ganz gut aus. Lass uns einfach mal Richtung... Oh, wir müssen eigentlich Richtung D, ne? Ja. Ja, gut. Hab ich grad die Waffen in die Falsche... Ja, weil hier drüben ist so die König und die Britannie. Ich bin nur immer näher auf die Insel zugefahren. Und jetzt hätte ich mich dann irgendwann mal entscheiden müssen. Ah, ja. Ich seh schon. Ja, guck mal. Und ich lenke jetzt auch ein. Und ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich da nicht auch nochmal mit diesem Inselchen so ein bisschen spiele. Nettes, dass ich gleich im zweiten Spiel wieder Insel. Ja. Reicht schon, dass ich im ersten gleich verkackt hab. Oh, du hast das taktisch klug gelöst. Du hast dich geopfert damit... Ich hab mich für dich geopfert. Ja, genau. Damit ich da was reißen konnte. Das ist schon sehr fair. Die FDDs haben sich einfach mich ausgeguckt statt dich. Sag's doch wie's ist. Boah, ich würde jetzt von taktischem Fahren sprechen wollen. Aber boah, gut. Wie du auch immer das nennen möchtest. Also gut. Dann war's taktisches Fahren. Taktisches Fahren ist gut. So, Isokase. Du bist unser Zerstörer. Du fährst jetzt los. Das ist großartig. Geben Sie Flugabwehrfeuer! Und du fährst auch so zielstrebig auf ein Cap zu, muss ich sagen. Das gefällt mir am besten. Absolut. Er will da wahrscheinlich durchfahren. Und wahrscheinlich sagt er sich, das ist schlau wenn ich B cappe. Oh no. Ja, wo fährt denn der hin? Ich weiß es nicht. Hoffentlich zur A dann. So, da kommt der Emile Barton. Und der Königsberg. Und der Königsberg. Ja, dann nehmen wir doch mal. Was nennen wir denn da? Der Emile Barton. Der dreht sich jetzt gleich weg. Aber den seh ich nicht wirklich. So, und die Königsberg. Haben wir mal im Auge. Oh ja, Königsberg kommt. Aber ich glaub der dreht sich zurück. Oh, 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 oh. Wie der Pferd dreht sich. Nee, dann riecht sich nicht zurück. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Counter nicht vergessen. Nein, das geht ja automatisch. Boah, meine... Nein! So, Emil Martin, der kommt da raus, habe ich den Eindruck. Der stellt sich nicht dahinter, der stellt sich seinem Schicksal. Also, nimm mal auf die Königsberg schießen, weil der müsste weg sein. Okay. Dann nehme ich mir Emil. Ja. Sie ist raus. Oh, der hat die Oktoberrevolution Nummer 1 zugeschlagen. So, und hier? Emil Martin, boah, 8000 nur. Warum denn nur 8000? Boah, jawoll. Na? Hast du schon raus auf den? Nein, noch nicht. Zehn Sekunden habe ich noch. Gut, dann lass es. Witzig. Boah, nee! Ah, da war der Commentorps. Wie bitte hat er den denn mitlaut? Jo! Tops. Tops, tops, tops. Sicher war ich mir schon lange nicht mehr, dass der weg ist. So, und ich... Du, ich habe ja auch eben auf zehn Kilometer... ... es nicht geschafft, da richtig Punkte zu machen. Hm. Vielleicht wegen den französischen Wochen, vielleicht haben die jetzt eine super Panzerung. Französische Wochen. Oh, lecker! Ein bisschen Baguette und Käse und Rotwein. Das wäre eine französische Woche. Da würde ich mitmachen. Ja, die kannst du dann zum nächsten Stream servieren, bin ich sofort dabei. Gibt einen guten Lieferservice für Delikatessen bei uns, ich gebe dir dann die Telefonnummer. Okay. Da kommt eine Bretagne um die Ecke geschlichen. Ja, ja, aber geschlichen! Ja, ja, ich sehe den, aber es ist halt wirklich schwierig den jetzt einzuschätzen. Was? Aber gleich kommt die Nase raus. Das sind vierzehn Kilometer, da ist die Nase. Jetzt ist die Nase drauf. Oh, und da ist die Z-170. Ja, aber der dreht hier komplett zu uns ein. Naja, trotzdem. Fast vier. Eine abgeprallte Granate. Äh, da hinten ist der Phoenix. Ja, die V-170 interessiert mich hier mehr, muss ich gestehen. Der kommt hier um die Ecke und der will gleich Aua machen. Naja. Kannst du mit auf den, äh, mit auf den, ich habe vor vier Sekunden, dann kann ich mir einen verberaten. Oh, da ist eine Insel, sag dir doch. Oh, oh. Zwei, fünf habe ich ihm. DD auf sieben Kilometer und Agalex muss unbedingt wieder Inseln küssen. Oh, aber... Der Grab so vorbeigeschlichen, Alter. Und ich habe das Glück, oder du hast ja das Glück, dass ich jetzt hier für dich die Torps spotte. Ja, nice. Wenn sie denn kommen. Und außerdem hast du das Glück, dass ich diesmal derjenige bin, auf den der CV geht. Ja, ich komme gleich wieder, ich muss eine volle Wende fahren, weil sonst muss ich um die blöde Insel rum, das wäre noch böse. Ich würde mal versuchen, im Ausweichen... ...dem... ...die Idee da noch einmal zu verpassen. So... ...bremse... ...zu spät gebremst, oder reicht das? Na, 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 na... Na, na, na... Na, na, na... Oh, oh, nice. So soll das sein. So, komme ich da noch um die Ecke rum? Na klar komme ich da noch um die Ecke rum. Abbremsen, damit dieser Wendekreis nicht so groß wird. Dauert zwar ein Momentchen länger, bis man rum ist, quasi, aber doch nicht wirklich länger. Einfach... Na, V-170. Der wedelt da aber auch. So, du liebe Omaha, jetzt zieh aber zu, dass du hier wegkommst. Ich will hier nicht stehen. Ah, Lightning. Seh zu, hier kommt der Thunder. Gib Gas! Jaaaa... Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas... Ey, das ist doch... Alter, wie soll ich denn jetzt hier... Guck mal, da ist auch eine Britannia auf 4,5 Kilometer. Ey, ich könnte ihn von hier aus versenken. Soll ich ihn dir bitte von der Schnauze wegschießen? Das ist wirklich, also... Mal ganz ehrlich, der kriegt jetzt gleich hier eine Breitseite... Weil ich muss auf die Britannia. Und da ist es mir egal, ob ich ihn jetzt treffe oder nicht. Warte schon ein kurzes Zucken, als ich gesehen habe, wie er dich schneidet. Ey, das ist ja wirklich... So... Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten! Ähm, ja... Du Böser! Doch, das musste jetzt sein. Ich kann ja nun nicht da breitseitig zur Britannia fahren... Und dem keinen verpassen. Komm mal dahin. Der torbt auf die Britannia, jetzt habe ich es nicht gehört. Ja, das... Naja... Weiß gar nicht mehr, Omaha? Hat die nicht plus 5 Kilometer? Äh... Es ist... Ich würde da nichts zu sagen. Los, dreh die Kanonen! Ehm... Na, CV! Ja, diesmal hat er tatsächlich das Glück, dass ich einen wohlnehmen muss. Es sei denn, ich komme um den rum. Nein, komme ich nicht! Wollte so schön um den rumdrehen. Hat aber nicht funktioniert. Aber, CV, wir sehen uns nochmal, glauben wir das. Wir sehen uns. Oh, ich bin schon im Sekundärreich heute. Ah, ich bin verblüfft. Oh, weia! Unser Team hat sich grad, äh, halbiert. Oh, ok. Ich könnte mir vorstellen, dass die Britannia versucht mich zu rammen. So, kannst du... Na los, jetzt hopp, mach ihn weg! Ja. 266 hat er noch! Da hab ich ihn! Nahkampfexperte! A&T war mal wieder nett zu mir. So, ich würde jetzt mal hier ein bisschen rumdrehen. Da hinten ist die Zuhio. So. Und auf die Iron Duke... Mit ihm hast du ja noch eine Rechnung offen. Genau. Der hat mich auch eben. Also darf ich ihn auch. Der haut jetzt gerade ab, der Sack. Aber einmal darf ich auch. Na, mein Lieber? Und was sagst du dazu? Das war ja 8. Das ist ja noch gar nix. Komm nur. Also ich drehe nach B. Unser CV denkt auch grad mit. Und, oh, die Iron Duke... Dreh nach B rein. Ist so schön breitseitig. Und ich muss jetzt breitseite zeigen. Weil ich auf den C... Auf den... Einen da noch... Eindrehen wollte. Oder musste. Oh, Iron Duke mit HI. Gute Geschichte. Gute Idee. Oder ruhig weitermachen. Ja, macht er auch. Zwei Brände. Geht gar nicht, mein Lieber. Geht gar nicht. Guck mal was AP sagt. Na, guck mal. 11.352. Nehmen wir ihn in die Zange, ja. Ja. Ich fahr nach B rein und dann können wir ihn in die Zange nehmen. Ja. Ich fahr weiter grad aus. Er zielt auch auf mich. Also insofern ist das für dich relativ entspannt. Würde ich sagen. Oh, die Isocarse ist auch ganz entspannt an ihm vorbeigefahren. Da steckt er mich nochmal an. Geht's denn? Die Isocarse... Die Isocarse jagt den... Jaja, ich weiß, ich weiß. Das ist ja schonmal okay. Das ist ähm... Oh, 8.3. Er tut ja wenigstens was... Was sinnvolles. Naja, sinnvoll wäre gewesen zuerst den rauszunehmen, der hier... Böse rumschießt. Ich schieße jetzt den... den CV raus. Ja, auch ne gute Idee. Weil du kannst ja der Isocarse... der Iron Duke nur von hinten einen drauf schießen. Obwohl die Isocarse... Der müsste eigentlich schon wieder so weit sein, dass er talken kann gleich. Oh, wie geht das denn? 2.5? Ja. Herrgott. 860! Geht also besser. Ich muss einfach... im Cap bleiben. Jo, und das war jetzt gar nicht verblüffend, ne? Nee, gar nicht. Vor allen Dingen, weil er jetzt... Also wenn er Isocarse so... ranfährt und sich zeigt... Das ist wirklich nicht besonders schlau. Der kann so aus dem Verborgenen arbeiten. Ah, Iron Duke... Ja komm, dreh nicht. Das ist ne gute Idee, mein Lieber. So. Also B haben wir schon mal. Ah... Iron Duke und U... Ach... 3... 6... 8... 9... 9... Ja, aber das passt. Komm, dreh rein zu mir. Dann jagen wir die König und nehmen gleich A. Diese ist ja Slav. Der müssten wir eigentlich einen verpassen. Das Problem ist... Der ist weit weg. Ah, sehr gut. Königsberg hat ihn. Hast ihn? Und tschüss. Ja. Sehr schön. So, 3 gegen 3. Und wir sind vorne. Und da war... Aber das sind ja noch zweimal König, ne? Ah, und? Und eine Kaiser. Das ist ja... Mir lieber als zweimal Kamikaze. Ja. Eindeutig. Aber noch lieber wären wir zwei Briten, die schön HE ballern. Ach du. Was machen wir überhaupt? Vielleicht schießen die beiden ja auch schön HE. Ich will das gar nicht ausschließen. Für mich sind sie allerdings alle irgendwie so ein bisschen out of range. Ja, diese König ist komisch. Steht der? Ne. Mit einer Mumpel habe ich ihn jetzt getroffen, aber... So, und ich habe jetzt hier diese... diese andere König da schon... Kann trotz 75 FPS nicht sagen, wo die König... was die König macht. Ob der fährt oder nicht. Ja, FPS ist nicht alles. FPS wird so überbewertet. Ja, aber ich müsste ja zumindest... Boah, weißt du was? Pass mal auf. Ja, ich habe ihn voll getroffen. Der steht, aber es kommt Rauch aus dem Schlot. Was macht denn der? AFK? Aber dann kam doch kein Rauch aus dem Schlot, oder? Ne, irgendwann nicht mehr. Der steht. Ne, jetzt fährt er. So, und die andere König? Wieso wird die König nicht... Achso, weil diese kleine Insel da zwischen der König und der Kaiser ist. Unser Kaiser steht aber auch. Also jedenfalls kann ich nicht sehen, dass der sich bewegt. Oder ist der vielleicht von Anfang an da? Ist der AFK? Das kann sein, dass der AFK ist, Alter. Aber trotzdem. Wenn ich jetzt A nehme. Und wir die König wieder schön in die Zange nehmen. Sollten wir das auch zu zweit hinkriegen. Boah, mal gucken. Der dreht jetzt nach oben raus. Okay. Wenn er ausreißen will, dann freucht der Mensch gar nicht hinterher. Sondern schwingt gleich rum. Ah, der ist schneller als gedacht. So geht der nicht wieder raus. Aber der ist gegen alles daneben. Der ist so weit weg. Jetzt hat er. So, ja, und jetzt kommt er für mich auch so langsam aber sicher in Range. Oh, das tut gleich richtig weh. Hopp. Jupp. Wollen wir mal 10.000. Sehr schön. Das Problem ist jetzt, dass ich einmal komplett drehen muss. Jetzt komme ich schon gar nicht näher ran. Ja, und jetzt müssen wir auffassen. Wir sind nur noch zu zweit, gell? Ja, es war schon klar, dass die... So. Punkt nicht. Richtig. Ja, aber wenn du jetzt da durchkommst mit dem Cap'n. Ja, und ich. Na gut, 4-2 konnte ich nochmal abnehmen. Ja. Der setzt das Cap'n natürlich immer zurück. Aber das ist gar nicht weiter schlimm. Die haben ja auch nur einen Cap'n bis jetzt. Weil du das andere ja blockierst da. Richtig. Wir holen gerade auf. Also von daher... Ja, ja, wir sind auch gleich in Front. Also die kommen da... Lustig ist, dass die anderen beiden immer noch von uns weg fahren. Also ich weiß nicht, ob die denken, sie können das nach vorne gehen. Ich weiß nicht, ob die noch von uns weg fahren. Das ist letzte Position, die wir gesehen haben. Ja, 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 ja. Oh. Uh, jetzt habe ich aber Glück gehabt. Okay. Also ich habe jetzt auch nochmal... Oh, ja. Guck mal, 4000. Mal gucken. Oh, das sieht nicht schlecht aus. 2-2. Naja, die fahren nicht von uns weg. Ich krieg schon den ersten Schuss von unten. Ja, aber diese König hier müssten wir eigentlich rausnehmen können. 5 Sekunden haben wir noch. Der hat noch gerade 2000. 8 Sekunden. Ja, ich habe 4 Sekunden. Ja, dann schieß du auf den, weil der ist für mich out of range. Mit der der Insel. Ich konzentriere euch schon mal auf die Kaiser. So, nochmal gucken. Den Treffer, jetzt baut er nämlich gerade auf. Ja. Ja. Hab ihn. Sehr schön. So. Soll ich... Richtung... D fahren? Wollen wir das Ketten zusammen oder wollen wir zusammen die Kaiser? Lass uns erst die Kaiser rausnehmen. Ja, wir haben nur noch viereinhalb Minuten, ne? Aber wir sind ja auch gut in Front, also insofern... Wir sind vorn. Ja, ich komme zu dir. Also es wäre jetzt dumm, wenn wir 1 gegen 1 spielen, obwohl es nicht nötig ist. Ja, wobei ich könnte natürlich den in D einfach rammen, ne? Die König. Ja, aber du spielst 1 gegen 1 und ich spiel 1 gegen 1 und dann... Ja, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass du von der Kaiser rausgenommen werden könntest. Nein! Durch die Deto, ja gut. Das, äh... Muss man ja auch wieder wieder sehen, ne? Wenn man... Wenn man... Also ich habe mit Sicherheit keine Angst vor der Kaiser, aber mir geht es einfach darum, dass ich das Spiel safe nach Hause bringe. Ja, ist auch alles gut. Ja, so oft in einem Spiel habe ich die Kanonen schon lange nicht mehr gedreht. Guck mal, Onkel Käpt'n kommt ja jetzt auch zum Käpt'n. Ja. Und nochmal ein bisschen Basiseroberung abstauben. Ja, da musst du dich aber beeilen. Ja, echt. 4, 3... 2, 1... Eroberung unterstützt. Hä? Bei mir zeigt das als alleine erobert. Ja, klar. Das ist glaube ich, wenn du... Wenn du, ähm... Die Hälfte, also über die Hälfte alleine gecappt hast. Oh, da kommt jetzt was von der... von der anderen Seite. Das kann ich jetzt nicht sehen. Da konnte ich nicht genau sehen, wo das herkam. Ja. Also die Kaiser geht jetzt definitiv auf Rammkurs, denke ich mir. Ja. Aber das werden wir doch zu verhindern wissen. Aber nur 2,8 von vorne. Und vor allen Dingen schön hinter die Insel, dass die König gar nicht erst noch mitwirken kann. Ja, der schießt hier gerade auf mich. Bin ich aber auch entspannt ausgewichen. Ja, will du mich ansoft rammen, der kleine Scheiße? Pass auf, ich lade auf HE. Gucken, ob ich vorne vielleicht noch die Geschütze verbeulen kann. Ne, kann ich nicht. 2,8. So, aber jetzt wird's für die König schwer. Ich vermute mal, der wird Richtung B fahren. Der will jetzt B... äh, siehst du? Da ist er nämlich schon in B. Mhm. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. So, bei mir ist HE drin. Ja, mein Freund, klar. Und natürlich dreht er sich jetzt. Ja, weil er gedacht hat, ich fahre auch wie du. Oh, guck mal, da gibt's auch noch mal einen Unterstützer. Haben wir beide den Unterstützer, das ist doch nett. Aber du denkst echt, du spielst mit Studenten, mein Freund, hier. Von wegen nicht rammen. Hast du die Geschütze auf der richtigen Seite? Nein. Ne, das war ja klar. Aber jetzt nehmen wir... Jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen hier in die Mitte. Oder? Oh, Großkaliber, nice. What? Ja. Sauerei. Ja, ich seh's. Vielleicht nimmt er mich noch raus, Alter. Ne, ne, ne. Er muss sich ja zu dir drehen. So, und jetzt, ich warte den Moment noch. Den Moment warte ich noch. Auf der Zeit muss sein, mein Lieber. Ja, das war doch easy. Easy. Ne? Yes, baby. Den haben wir aber klassisch ausgespielt, würde ich sagen. Ganz klassisch ausgespielt. So, muss das. Wenn der zwischen zwei Oktoberrevolutionen fährt, der hat aber auch keine Chance mehr wegzukommen. Ja, es war halt... Ich hab die eine Salve blöd gefressen, weil ich mich wegdrehen musste, aber bevor ich mich rausrammen lasse... Ja, alles gut. ...fresse ich lieber eine Breitseite. Das können wir nicht mehr verlieren, selbst wenn der König jetzt in A fährt und das blockt. Selbst wenn er einen von uns versenkt, können wir es nicht mehr verlieren, weil er in 47 Sekunden Schluss ist. So ist es. Was aber nicht heißt, dass ich mich vor seine Rohre stelle, sondern ich werde mich jetzt ein bisschen verstecken. Was? Feigling? Großkaliber und Unterstützer Feigling? Genau, Großkaliber und Unterstützer Feigling. Jawoll! Du Scheißnoob! Ich stelle dich und kämpfe! Ja, da haben wir doch schon wieder die 997 und gleich springt's um auf 1000. Und dann ist das Thema durch. Ja, ist es doch schon durch. 14 Sekunden vor Schluss, die 1000 erreicht. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Geschichte, ne? Also wenn du mal überlegst, wie schnell die anderen weg waren plötzlich. Wie viel Schaden hast du gemacht für den Großkaliber? 119. 119, geil. Da haben wir zusammen ziemlich genau 200.000. Ja, und 5 Kills. Ist natürlich in einem, äh... 8 Kills zu dritt. 4er, 5er. Ja. Die Königsberg auch nochmal 3 rausgenommen. Ja, war ne schöne Runde für uns. Alles gut. Also Königsberg 3 rausgenommen. So gefällt mir das. Es gibt ein Lob. Spielt gut. Weil ganz ehrlich, also mit der Königsberg 3 versenken ist schon mal ne echte Leistung. Ja, ist ne Hausnummer. Und auch 2 der im Team mit der Königsberg ist ne Hausnummer. Kann man ja das sagen. Schon cool. Oh, ich hab ganz viele Flaggen gekriegt. Ach, das ist dieses komische Event. Äh, ja. Super. 10, 10, 1. Ach nee, das sind die Flaggen für die, für die Auszeichnungen. Ich bin ja bescheuert. Ich hab echt schon lange nicht mehr gespielt. Ich hab mich sowas schon überrascht. So, wie geht's weiter, hä? Ja, gute Frage. Äh, ich habe eine Antwort darauf. Ich muss dann allerdings ein wenig rüber scrollen. Und... Rüber scrollen? Da... Und da... Und jetzt siehst du, was das ist. Uh, so. Ich hab nämlich noch keinen 19er Kapitän drauf. Der muss noch ein bisschen... Muss ich mal kurz gucken, ob meine Bayern fertig ausgerüstet ist? Warte mal. Ach so, das... Unsinn. Ich brauch ja das gar nicht. Ich wollte jetzt gerade hier mal schauen. Da geht noch ein Signal. Na dann packen wir doch mal eins ein. So... Das ist alles gut. Ja, hier schaut ganz gut aus. Äh, das hab ich alles. Das hab ich alles. Jo. Was wollte ich gucken? Ach, den Seed-Accounter wollte ich gucken, ne? Ja, also ich... Bei mir war's eine jetzt. Was? Sehen wir's? Okay. Ähm, warte mal. Äh. Ach. Ja, danke. Manchmal. Was tust du? Ähm, ich guck gerade nach dem Citta-Counter. Ah so. Wo? Ist er dir runtergefallen? Nein, nicht wirklich. Und irgendwie ist das auch sehr eigenartig, was das... Warum da nix ist. Warum ist da nix? 149k hast du mit der Algerie gespielt? Ich hab dieses Schiff gehasst. Bitte spielt mir mit dem K in 150.000. Indem du in ein Moiner-Match kommst. Äh. Da musst du aber auch erstmal überleben. Ja, ich war der Einzige, der überlebt hat in dem Match. Ach so. Na, ich schau' mir's später mal an. Ich liebe ja die französischen Kreuze, aber die Algerie hab' ich gehasst. Den Siemer, oh Gott, hab' ich den gehasst. Ich find' der Alpha-Schaden ist sehr überschaubar, ne? Ja. Du machst dann mal 900 hier, mal 600 da. Hast du das Gefühl, du schießt mit dem DD? Ja, du hast das Gefühl, du schießt mit dem Blasrohr. So, pfup. Habe ich schon lange mal gemacht. Ab dem Achter sind sie perfekt. Okay. Alles, was nach dem Achter kommt, ist einfach nur ein geiles Schiff. Ich muss da ja noch ein bisschen was tun, bis ich da bin. Ich hab' ja nun gerade, das ist das erste Match übrigens mit der Algerie gewesen, ne? Ach nee. Ja, das erste Mal mit dem Teil raus. Ähm, wusste noch gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und, naja. Naja, genau. Dann ist das ja fast noch mehr wert. Oh. Mündung Standard. Also ich hab' dieses Schiff einfach gehasst. Und ein Stimmelgefecht. Standardgefecht auf Mündung ist gefährlich. Oh. 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 Die Frage ist, wo unterstützen wir? Guck mal, wir haben die Gneisenau und die Lyon. Ja, auf jeden Fall relativ defensiv. Echt? Ja, genau. Ich hab's schon oft genug verloren, weil irgendein TG sich doch durchgeschmuggelt hat und dann hinten hier da an diese, an diese Inselspitze gestellt hat und weggecappt hat. Ich würde sagen, lass uns mal so ein bisschen in deine Richtung abdrehen. Alles klar. Haben die anderen denn? Also wir haben immerhin Quasimodo in seiner Gachamada. Ich seh' auch schon, ey, der humpelt aber auch ein bisschen nach vorne. Kann das sein? Der humpelt trotz 75 FPS. Oh, und Emu-Butter, wo willst du hin? Äh, ja genau. Gar nicht so geheuer, muss ich gestehen. Wir haben ja auch noch. Mit der Emu-Butter hier. Ist mir immer ein Rätsel, wenn da einer nach vorne fährt, der Torps hat, also einen Kreuzer mit Torps. Sieht immer so aus, als wenn der da um die Ecke springen will, Torps abwerfen will und schnell wieder verschwinden will. Das Problem ist nur, der springt halt nicht um die Ecke. Torps abwerfen, ja, das vielleicht noch. Aber definitiv verschwindet der nicht schnell. Ja, und so der Bringer sind die Emu-Bertan-Torpedos jetzt nur wirklich nicht. So, da haben wir jetzt mal eine Scharnhorst und eine... Scharni zielt schon hier auf uns in unsere Richtung. Alles noch ein bisschen weit weg. Das waren 20 Kilometer und ich bin noch nicht mal aufgegangen, weil ich genau hätte... Oh, Königsberg und York sind in die andere Richtung unterwegs, schade eigentlich. Da kommt eine Gallant. Oh, bitte bleib stehen. Ja, der bleibt stehen mit seiner Lang-Kollision hier. Bitte, 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 bitte. Nicht weiterfahren, nicht weiterfahren, nein. Ich sehe nichts. Ja, ich sehe die Mumpeln. Yes, Baby. Tita. Ja, sehr schön. 18.000 auf die erste Salve, nice. Ach so, apropos erste Salve, meine ist komplett in Bach gegangen. So, ich würde jetzt mal hier... Mein... Oh, Lagalisionär, du bleibst da wirklich stehen. Meine Salve ist unterwegs, eine Mumpel ist hängen geblieben. Und der steht, und der steht, und der steht... Oh, steige er da, oder meine er da? Hast du das First Blood nicht bekommen. Pass auf, dass hier die Gallant ist, ne? Hat ich eh schon. Hier. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da ist eine Molotow. Da ist ja auch der Nebel dazu. Da ist eine Molotow. Ich sehe eine Molotow. Ich habe eine Molotow gefunden, so. Ja, die Iron Duke neben mir wird immer größer und größer... Ich denke mal, der wird auf 20 Kilometer da problemlos noch weiter eindrehen. Ja, und jetzt fährt er ein bisschen gerade, und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Aber immerhin... Ich habe ihn mal 6000 abgenommen. Cool. Boah, der mit seiner Scharnhaus fährt er rückwärts. Nicht schlecht eingeschätzt, die Geschwindigkeit. Ich feiere nur hier mit halbem Impuls. Boah, der mit seiner Scharnhaus fährt rückwärts? Ne, der steht. Der steht, ne? Jetzt fährt er vorwärts. Wahrscheinlich haben ihn jetzt gerade 6 aufgeschaltet, oder so. Oder meine Kugeln haben ihn aufgeweckt. Ach, deine Kugeln. Ach, dann geht das vorbei mit 1020, weil du auf ihn geschossen hast. Ja, ich hatte aber auch bloß 3000. Aua. Pass auf diese Gallant da auf, ne? Ich sehe den Nebel und... Ja, keine Ahnung. Ja, gleich hinter den... Da ist er. Da ist er. Das habe ich natürlich vor 20 Sekunden gerade geschossen. Aber eigentlich müssten wir den jetzt ja kriegen. Also der tobt nicht auf mich. Ne, der tobt durch die Königsberg. Tatsächlich auf den Zerstörer. Äh, auf den Kreuzer. Ja, klar. Weil der ihn aufmacht. Ich denke mal, die Königsberg hat Hydro gestartet, ne? Ja, aber die Königsberg... Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr schießen. Oder doch? Kriegt ihr ihn oder kriegt ihr ihn nicht? Ja, Königsberg, sauber. Hat ihn, hat ihn, hat ihn. Sehr schön. So, Molotow ist wieder da. Fährt rückwärts. Die Hood. Dann gebe ich ihm doch den Rest, oder? Nein! Die bleiben mit Marking. Oh, Molotow. Na, Molotow? Na? Ja, da gibts doch mal 17.000 durch ne Zita. Sehr schön. Ich hätte jetzt so gern die Hood weggemacht und dann ist das alles in der Insel hängen geblieben, ey. Ich verstehe das alles nicht. Mein zitterte Counter zählt aber auch gar nicht hoch. Also, die haben da wirklich einiges geändert. So. Das ist ja alles blöd. Bist. Überall blöder Winkel, ey. Oh, da habe ich ja nochmal reingehalten. Aber, Molotow nicht getroffen. Da ist die Molotow. Ja, der ist jetzt eine zehntel Sekunde zu spät aufgegangen. Ich habe schon auf die Dünke geschossen gehabt und natürlich alles ins Wasser. Ich denke mal, der wird abdrehen, aber er wird aber trotzdem da das Weite suchen. So. Mal gucken, was er sucht. Eieieieiei. Na, da müsste doch eine dieser Mumpeln müsste doch... Och, nee. Tut's nicht. Unser Ziel hat die Führung übernommen. Aber in neun Sekunden... The Allstar! Hi! Schön, dass du reinschaust. Servus! So. Ein Molotöpfchen, bitte. Ein Molotöpfchen. Und... Da wollen wir einfach mal einmal hinterher halten. 19,3 Kilometer... Oh, jetzt dreht er ab. Kameradenschwein, lass dich doch einfach versenken. Na, Scharni? So, ich würde jetzt hier mal auch ein bisschen Gas aufnehmen. So. Ja, Scharni ist für mich jetzt genau breitseitig. Ja, aber irgendwie komme ich nicht durch mit meinen Bayern-Kononchen. Echt nicht? Es waren viele Treffer, aber schaden eigentlich nicht die Welt. Das versuche ich nicht mal. Aber 16 Kilometer hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr vorhalten müssen. Ja, der ist ja im Fluchtmodus. Alter Schwede. Das war auch nix. Molotow kommt zurück. Und die Maas greift unsere Basis an. Das sollte hoffentlich da die Iron Duke ja schaffen. Das habe ich mir gedacht. Deswegen wollte ich es defensiv spielen, aber jetzt ist es zu spät. Ja, zurück können wir immer noch. Ja, ich bin schon zu weit eigentlich. Ich werde mal ein bisschen Mühe halten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Molotow nach oben ausweicht. Und dann könnte es sein, dass... Ja, dann könnte es sein, dass... Na, einer von denen... Es geht alles daneben. Glaubst du das? Hilft ihm alles nix, weil... Nämlich auch gewartet habe, dass er dreht. Jetzt sollte er weg sein, oder? Ja. Ah, die gehen links und rechts daneben. Nein. Er fährt gut. Also... Er fährt gut. Der hat viel Glück, würde ich sagen. Der hat echt viel Glück. Er ist bei dir rausgetaucht, er ist bei mir rausgetaucht. Hilft ihm aber alles nix. So... Und der DD... Den hat's zerrissen. Okay, kannst du mich... Äh... Jetzt ist er weg. Jetzt hat die Gajamada ihn rausgenommen. Kannst du mich bei der Dünkörg unterstützen? Bin schon dabei. Aber der reißt aus vor mir, das ist ja lustig. Naja, du hast... Du hast ein besseres Heck. Ja, aber so kann er ja nicht mal auf mich schießen. Nö. Will er vielleicht auch gar nicht. Hm. Aber der Scheinhorstfahrer ist ein richtiger Kämpfer, ne? Ja. Absolut. Der nutzt die Möglichkeiten der deutschen Secondary voll aus. So, jetzt haben sich meine Türme hier gerade gedreht. Jetzt muss ich sie wieder drehen oder was? Ja, hilft ja nix. So, da kann er... Ich kann hier noch einmal durch die... ...Lücke schießen. Da ist noch eine Bayern, auch. 20 Kilometer in Sand. Ja. Noch so ein tolles deutsches Schlafschiff. Ah... Oh, nochmal 3-2, abgestaubt. 40.000. Ja, die habe ich noch nicht mal, weil sie alle wegfahren. Oder meine Mumpeln abblatzen. Oh, du Gott. Da hast du aber auch nochmal... ...Torps gefressen, würde ich sagen. Da schieß ich jetzt gegen den... ...Berg, das will ich nicht. Ja, aber was die da machen... Das ist doch Arbeitsverweigerung, was die da machen. Ja, mit seiner Schaden auspferd, ...seites Spiel anfangt, hat im Kreis. So, jetzt haben sie die Fubuki rausgenommen. Ey, ich verstehe das nicht. Das sind Zerstörer, die haben eine dermaßen geile Verborgenheit. Die können eigentlich gar nicht rausgenommen werden. Das geht gar nicht. Was machen die da bloß? Jetzt bin ich wenigstens über 40. So, und jetzt wollte ich gerade hier die... ...Schan House wegknallen. Na gut. So, die anderen haben 93. Dann lassen wir die Bayern spotten. Das ist nur noch die Bayern nah. Ja. Come on, man. Ja, ja, da bist du... Och, 8000. Da muss ich mich übereilen. Schnell raus. Um da noch was abzukriegen. Ja, natürlich dreht er ein. Kameraden, Schwein. Hab ich mir auch grad gedacht. Hättest du mir doch noch was kämpfen können. Stell mich gerne als Bayern zur Verfügung, wenn du unbedingt auf eine Bayern schießt. Nö, 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 nö. Ich nehm dann schon den da. So, nächste Salve raus. Und... 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 Meine... Ja, cool. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. So, guck mal. 44.804. 42,530. Hm. Hm. Ja, gut. Oh, was gibt's da? 7 Tarnungen, 3 Tarnungen... Wo ist denn die Teamwertung? Ich hab zu schnell weitergeklickt. Naja, die Loppen, Mittelfeld. Äh... Ja, ja, 4 und 6 oder so. Tarnungen gab's, cool. Tarnungen? Ja, irgendwie eine von den Missionen. Dadurch, dass ich grad gespielt hab, sind die ja alle noch offen. Ähm, 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 was wollen wir denn jetzt nochmal? Sag du doch mal was vor. Ja. Kannst du erst mal Container aufmachen. Äh... Wird ja zwei von den tollen Tarnungen drin. So, einen Käse. Äh, schlag du doch mal was vor, sag der zu mir. Ja. Hm. Hm. Ja, was Höheres? Oder... Das ist jetzt dir überlassen. Mir überlassen? Oh Gott. Ach, das hab ich schon ewig nimmer gespielt. Mal gespannt. Zeig das kurz. Aha. Jetzt muss ich mal gucken, ob auch alles drin ist. Ja, würd ich jetzt... Was würd ich denn dazu nehmen? Dann nehm ich dann glaub ich doch die... Ja, nehm ich die Ashitaka oder nehm ich die Nagato? 8 von 8. Sehr schön. Ich glaube... Ich glaube... Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Daaa... Ah, das ist doch gut für meine französischen Kapitäne jetzt. Das nächste Spiel mit dem neuen 10er Kapitän. Schön Kapitäns-AP-Farbe. Der echt irritiert ist. Wieso... Funktioniert... Ah... Ah... Manchmal hilft auch einfach nur ein bisschen Überlegung. Guck mal. Und alle sind live dabei, wie das Ganze jetzt eingeblendet wird. Warte mal. Kannst du zwei Sekunden warten, bevor du das Spiel startest? Ich muss schnell ne wichtige Mail beantworten. Jaaa... Sooo... Guck mal. Das Problem haben wir schon mal gelöst. Jetzt ist das nächste Problem. Er ist gestartet, aber er kriegt den Impuls nicht. Ähm... Kannst du mal stoppen? Und wir haben jetzt glaube ich... Was haben wir denn? Vier... Wir haben vier... Einfach mal... Wir haben vier... Aber fünf sein. Hey... Und dann... So... Das Problem ist nur, eigentlich müsste der jetzt hochzählen. Hat er aber nicht. Gucken wir doch mal. Was hat der hier in Commands? Ja... Und? Bin wieder da. Manche Kunden können dich auf den Mond schießen. Und... Ich... Könnte das hier gerade alles wieder so ein bisschen... Oh... Ja... Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles gut, aber nein... Doch nicht alles gut. Na dann hol ich mir schnell noch einen Kaffee. Ne, ne, alles gut. Aber du kannst ja gerne natürlich einen Kaffee holen. Jupp. So, warte mal. Das ist ja... Das ist ja... Müsste ja eigentlich... Weil es wird ja auch gar nichts angezeigt, ne? Wird da was angezeigt? Aha! Ja dann. Und funktioniert das jetzt ja doch. Alles gut. Voll. Hätte, hätte. Fahrradkenne. Kanne leer. Bis die Maschine fertig ist, habe ich jetzt keinen Bock. Also, meine Katzelmaschine. Dann trinken wir halt Kirschwasser. Ja guck mal. Und dafür kann ich jetzt sagen, habe ich in der Zeit das jetzt hinbekommen, dass es funktioniert. Der... Der Counter... Jetzt ist nur... Ach so. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal... Da ist er. So. Ah, ist das nicht alles wunderschön? So, und dann drücke ich auf Gefecht, okay? Jo, mach. Ach ja. Genau, mach. Sitz zu. Ist das schon eine Stunde rum, Alter? Ja. Hammer, ne? Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht, wenn es Spaß macht. Wann das... Ja, wohl wahr. Waren das 4 oder 5 zieht das? Äh, 5. Dann stimmt das ja alles. Ja. War der Meinung, es waren 4, aber dann habe ich noch einmal gedrückt und... Du eine, ich eine und im letzten Spiel ich 2 und du eine. Ja. Ja, dann. Wird gut, gut, gut. Äh, sind... Sind jetzt 4 Spiele für Siege, sehe ich das richtig? Ja. Cool. Es ist ja auch noch nicht kurz vor 6. Ja, ja, ich weiß. Entschuldigung. Und... Du meinst, es ist noch nicht Wochenende. Und, mein Lieber, wir sind Top-Tier. Da ist die Ashitaka natürlich unter Umständen auch wirklich ein böses, böses Mädchen. Da kann ich mit meinem schweren Kreuzer nicht wirklich was dazu sagen. Dafür bin ich schnell und wendig. Äh, habe ich da wieder irgendwas nicht gemacht? Ja, es sieht so aus. Wir haben schon wieder einen in der Divi, der da nicht reingehört. Ach, Kollege. Los, kick den. Ja, ich weiß nicht wie. Wir sind Duo-Spieler. Wir spielen wieder. Außer ich würde so ein Haus schließen. Zack. Äh, wieder zu dritt noch allein. Aber jetzt weiß ich nicht wie man die... Äh, nein. Also ich wüsste jetzt nicht wie man das anders machen kann. Rumblefish sagt, I will go see. Okay. Wir sind gerade Richtung B. Ja, ja, ich bleibe auch jetzt B hier. Obwohl wir haben jetzt die Normandie, die Kongo und dann wir beide noch. Dann haben wir vier Schlachtschiffe hier auf der Seite noch. Ja, und? Durch pushen. Ja, das müssen wir dann aber auch. Ja, also ich fahre schon full speed. Dann flieg ich mal an dir vorbei. Umdrehen können wir immer noch. Ja, du bist, glaube ich, schneller. Ich weiß gar nichts. Das würde ich mal so sagen. Das Teil ist, äh, wirklich richtig fix. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Hut ausbeschleunigt ist. Ich bin jetzt bei 3 Viertel und 24. Ja, komm, Vollgas und lass uns mal ein kleines Match machen. 27? Kleines Mix. 29? 30? Na, kommst du noch mit? Ja, ich bin schon längst vorne dran. Ich warte nur darauf, dass du mir jetzt irgendwann mal sagst, so... Also irgendwas piekt hier bei mir die ganze Zeit. 33. Kann man sagen, dass man irgendwas muted... 32 hast du schon? 33. Wow. Ne, okay. Bei 31,4 bin ich stehen geblieben. Hab die. Hab die Flagge. Da kommt ne Omaha, mein Lieber. Da kommt ne Omaha. Hab die Speed Flagge drauf. Ach, die Speed Flagge. Pff. So. Omaha macht Aua A. So. Mhm. Komm, zeig uns deine Nase. Da ist er. Fährt er rein oder fährt er weiter? Ja. Fährt scheinbar weiter. Boah, das ist aber Egle. Ja, hab ich auf dem Rechner noch nicht gespielt. Wie gesagt, ich hab die Hübsche. Und die... Egle. E-Egle. Wie auch immer. Ne, wie war's? Ich hab's... Egle? E-E-Egle? Egle. Egle. Sag ich doch. Egle. 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 Oh. nach vorne. Die Omaha. Ja, und jetzt hab ich natürlich umgeswitcht auf Ape. Schade eigentlich. Bleibt der stehen, oder kommt der ran? Ne, der bleibt ja fast stehen, ne? Ja, der steht fast. Omega steht fast. Ah, 3000... ...auf die Elegle. Aber jetzt steh ich hier natürlich richtig beschissen. Ah, ich kann jetzt nur hier mal so ein bisschen gegen diese Scharnhorst und die Neon. Da kommt eine Emerald nach. Oh, oh, ich kann mal den drehen. So, und jetzt ist der... Na, Emerald, was sagst du dazu? Stoppst du oder kriegst du? Beides. Aber nix tolles. Jo, ist klar. Ah, wer hat mir denn da einen gedrückt? Die Scharnhorst oder steht dahinter womöglich noch einer, den ich noch nicht gesehen habe? Aber die Scharnhorst ist ja eigentlich nicht in der Lage... Na gut, okay. Ich hab hier ziemlich weiche Seiten. Die Frage ist, warum bin ich hier die ganze Zeit gespottet? Ich bin die ganze Zeit gespottet, da muss ja... Da muss ja hier irgendwo... Muss irgendwer sein. Na ja, die haben ja noch drei. Außer der Ecke. Ach, da kommt die Omaha und wollen wir hier einen vergeigen oder was? Da kommen auch schon Torpedos, also du hast recht, da ist definitiv irgendwo ein DD. Das sind sechs Torpedos. Na, Omaha? Aha. Der hat ja echt rückwärts. Ja. Ich hab auch dahinter gehalten, aber 1200 nur. Aha. Weg ist er mit die Zardelle. Ohhhh. Sehr schön. Nochmal Torpedos. Also irgendwas stinkt hier. Irgendwas ist hier faul. Da, guck, da ist die Kamikaze. Das, das Miststück. Der hat mich die ganze Zeit gespottet hier. Da kam ich. Oh gut. Na gut. 5000 hab ich mir abgenommen. Jetzt hat die Emerald aber Schwein gehabt. Und jetzt fahr ich wirklich auf die Insel. Das erste Mal heute. Ablau. Oha. Yei yei yei. So, die Emerald. Zehn Sekunden noch. Oh, blöder, blöder Moment um die Insel. Tactical Pirate. Tactical Pirate lernt gleich taktische Piraterie kennen wir. Tactical Pirate werde ich heute noch spielen. Heute ist Final Beta von Sea of Thieves. Ahhhh. Da kommen jetzt schon wieder Torps. Kann bloß hier... Ja, das ist so blöd. Ich hab die Egwe fast erwischt. Der, das nervt mich. Der ist fast tot. Jetzt ist er zu. Ja, das Problem ist was... Oder das Problem, was ich habe ist... Was machst du? In welche Richtung drehst du? Da kommt jetzt noch eine Oktoberrevolution. Da ist die Egwe. Und eine Queen Elizabeth. Ja, ich muss jetzt hier weg... Eieieieiei. Da gab's dann aber von hinten... Ohhhh. Einen auf die Zita. Und jetzt muss ich hier sehen, dass ich hier wegkomme. Weil da kommt jetzt auch noch der King George und alles Mögliche ist hier. Ja, wohl. So, die Ecke ist erstmal raus. Und Kami? Eieieiei. Sag mal, was ist denn das da hinten am Kartenrand? Und... Die Kong... Kami ist auch raus. Ey. Ich könnte ja kotzen, ne? Wenn da einer wirklich auf die Kartenrand rumeiert. Aber was macht denn der da? Lass uns trotzdem abdrehen. Wir sind jetzt in der Vorne. Ja, ja, natürlich. Ich musste auch abdrehen. Ey, warte mal. Die hauen vor uns ab. Wir drehen nicht ab. Doch, ich... Ich musste jetzt erstmal abdrehen. Die konnten hier fünf Schlachtschiffen beschießen. Die reißen aus? Die... Die werden gleich feststellen, dass sie hier mit fünf Schlachtschiffen drüben sind. Das ist nämlich... Sind alle Schlachtschiffe hier. So. Und die Kamikaze, der spottet hier immer noch. Kann das sein? Irgendeiner spottet hier noch. Die Kamikaze ist raus. Die haben nur noch einen BD. Ja, aber der spottet. Das ist durchaus möglich. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr entdeckt. Gott sei Dank. Ah, kein richtiges Ziel, ey. Die Oktoberrevolution... Äh, die Queen Elizabeth? Wollen wir die mal zu zweit aufscan nehmen? Hör mal. Ja, genau. 18 Kilometer. Alter, der Schwede. Da sind wir auch im Haus noch mal. Ich glaube, da habe ich nicht weit genug vorgehalten. Ah, doch. Sogar zu weit. Aber meine schauen gut aus. Äh, 5300 nur. Hast du mit deinen zu weit vorgehaltenen mehr gemacht, wie mit meinen. Schauen gut aus. Hö, dann. So, die Oktoberrevolution ist hier auf 14,5. Ja. Ich schaue jetzt die Bremse rein und fahre mit Viertelimpuls weiter. Oh, und die Sean Horst fährt breitseitig. Der ist mit Sicherheit richtig schnell unterwegs. Der ist fast auf der Flucht, würde ich sagen. Ah, na. Ach Gottchen. 12, 40. Oh, oh, oh. Wir haben B verloren, ne? Ja, ja. Und wir sind hinten. Oh, ja. Es sind zwar immer noch ein Schiff vorne. Geh nicht so weit nach vorne. Du bist zu weit. Ich muss bloß auf den richtigen Momenten reden warten. Und der war genau jetzt. Ha, 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 ha. Geisel. So, Oktoberrevolution. Kriegt von mir vielleicht auch noch einen kleinen. Oh, 4000. Ja, und den müsste ich jetzt eigentlich... Ah, ha, 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 ha. Scheiße. Die zwei Seifen von den Siemern gedodged und die Oktoberrevolution schenkt mir voll einer an. So, die Sean Horst. Der kommt jetzt auch schon wieder hier in Richtung. Ehhh, ja. Mal gucken. Ey, ich wollte gerade sagen, wir haben zwei DDs. Das muss doch doch jetzt echt mal vorwärts gehen. Kann doch nicht sein. Oh, 58 von vorne. Wenn ich nur wüsste, was die ganze Zeit da piept. Kann das sein, dass wenn man, wenn man im Teamspeak sich mutet, dass der dann irgendwann immer wieder sagt, hey, hallo, alter, du bist gemutet. Der Gaming-PC? Ja. Das kann, das kann sein. Zum Scharnhaus. Muss der Gaming-PC mit uns im selben Raum sein? Ja, ja. Na, Sharni, was sagst du jetzt dazu, hm? Oh, 2046. Ja, das ist natürlich eine Ausnahme. Boah. Ich gebe dafür aber im Gegenzug 760. Dann würde ich sagen, ist das okay. So, ich habe dich jetzt so ein bisschen verlassen müssen, ne? Ja, alles gut. Also diese Kongo hier hinten, das ist für mich immer wieder. Aber gut, man muss eben auch da wieder sehen, es ist nun mal nur ein Fünfer und der hat womöglich einfach nicht die Erfahrung. Dem fehlt möglicherweise wirklich alles. Weil wenn ich mir jetzt die Normandie angucke, dem fehlt auch alles. Warum hat der denn nicht gecappt und hat sich einfach da so hingestellt und nur mal abgewartet? Jetzt fährt der vorne durch und lässt sich da von der Lyon rausschießen, oder was? Ja, und vor allen Dingen, er hat das Cap noch nicht mal geholt. Nein, nein, eben. Ja, also die Normandie ist so gut wie tot. Und ich lebe auch nicht mehr auf ganz großen Fuß. Ja, unser Fushu, der müsste eigentlich jetzt mal tätig werden und mal cappen. Ja, guck mal, da schreibe ich und krieg natürlich dann mal 5000 eingeschenkt. Nicht angreifen, Fushu, nicht angreifen! Oh, jetzt geht der tatsächlich auf die Los. Ich zählen im Ziel immer noch drei. Glaubt das alles nicht, warum ist denn das so? Ooooh oh 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 oh... Schweinenkaff zu guter Fliegenswerter... Ja mit seiner Oktoberrevolution geht man auch den Keks, der schießt gut. Joa, das ist doch gut dann. Oh, 2480 auf die Scharnhorst. Pass auf, ich würd jetzt mal versuchen hier ... Müsste ja eigentlich gleich wieder zugehen. Ich würd mal versuchen das ... Bezuholen aber du bist ja auch schon da. Ich bin schon, ich bin schon da. Das ist ja gut. Dann lass uns zusammen, dann geht das doppelt so schnell. Ja. Das ist jetzt auch nur noch... Die Oktoberrevolution, die auf mich schießen kann und schon trifft er mich wieder, der ist echt... Und die Fubuki, der... Also, wir haben zwei DDs, die anderen haben keinen. Und die haben... Wieso müssen jetzt Schlachtschiffe cappen? Kannst du mir das verraten? Abzinnend ist das. Nein. Ja, und jetzt stehe ich natürlich hier auch noch breitseitig. As I told you, ich scrooge die Gründe, warum ich das spülen oder so umspüle. Das ist einer davon. Warte, ich muss auch so rum ausweichen. Sei vorsichtig. Ich muss aber... Ich sehe dich. Okay, ich habe die Bremse voll drin. So. Die Sean Horst hat die Fußung rausgenommen. Es war mir so klar. Danke dir. Also... Ja gut, die haben sich gegenseitig eliminiert. Ja, aber das ist doch jetzt in dem Moment ein schlechter Deal. Na ja. Boah, da wenigstens einen rausgenommen, weil sie richtig hilfreich sind, die ja beide nicht. Und? Aber jetzt haben sie anscheinend entdeckt, dass ich nicht mehr so allzu viel HP Pool habe. Ja, aber das sind nur noch die vier Schlachtschiffe. Das Problem ist halt, dass die Fubuki gar nicht weiß, was er tut. Ihr Schlachtschiffe... Der droppt wahrscheinlich von hinten drauf, weil ansonsten könnte der niemals diese Position jetzt haben, die er hat. Oh, die nächste Insel. Ich kriege noch nichts. Also mein nächstes Schiff, das ich mir kaufe, hat so eine Parkhilfe für Frauen. Ja, guck mal, 8000 auf die Queen. Der ist so schön in der Querfahrt. Insel Warner für Oberloops. Und noch mal 4000 hinterher. Ich mecker über die Kongo und bin genauso am Snipern. Hey, was heißt hier Snipern? Die anderen rasen ja von uns weg. Und wenn der dann hinter mir ist, also das ist ja schon... Guck dir mal an, wo der ist. Der ist 10 Kilometer hinter mir. Aber wir werden ja beschießen. Der ist da bei 28 Kilometern... Der ist wahrscheinlich die ganze Zeit nur mit dem Flugzeug gegangen. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das vergleichbar ist. Ja, guck mal, da gibt es nochmal... Oh, zwei Zitadellen. Yes, Sir. Und den Unterstützer und einen vernichtenden Schlag. So soll das sein. So. Dann geben wir jetzt mal ein bisschen Druck hier. Nach vorne. Ah, unschön gedreht. Coole Scheiße. Hab echt gedacht, das wird die erste Niederlage. Aber jetzt schaut sie mal an. Ja, die Queen. Drehst du oder drehst du nicht? Nein, dreht nicht. Ah, 4000. Okay, das sind jetzt über die 100. Nice. Ich bin gerade mal bei 60. Ich bin ja immer noch erschüttert, dass Jimmy die Tulpe da schreibt, ich würde snipern. Wie geil. Ja, wer weiß, wann er reinkam. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht umsonst hier gegen die Übermacht auf W-Stand gehalten. Also, dann hast du das Spiel nicht verstanden, mein Freund. Ja, also das ist ja... Wir haben ja gar nicht gegen die Übermacht, das Camp verteidigt und die verscheucht. Wir snipern mit Sicherheit nicht. Aber cool. Nein, alles gut. So, komm. Leon. Boom. Nochmal 4000. Und wieder weiter Druck auf A. Aber jetzt haben wir ja drei Caps. Um mich mit der Kongo zu vergleichen, der da jetzt... Wo ist denn der? Immer noch 10 Kilometer hinter mir ist. Keine... Du machst mich fertig. Das macht mich echt fertig. So, und einer zielt. Ist egal. Jetzt kriegt er King George auch noch einen. Im Zweifelsfalle... Kriege ich da vielleicht den Großkaliber? Vielleicht. Vielleicht. Na? 2-4. Ja, und King George schießt HI, würde ich wetten. Da werde ich mal ganz, ganz gepflegt eindrehen. Ja. Boah. Er hat gegen daneben, mein Lieber. Aber wie? So, Freunde, könnt ihr euch mal rausnehmen lassen. Ich könnte ja noch ein paar Punkte machen. Die Leon schaut gut aus. Ja, ich weiß. Obwohl, für mich nicht wirklich. Ja, das ist ein Wunder viel. Er dreht sich da schon wieder. Ja. Ja. Oh, aber vielleicht... Ja, habe ich, glaube ich, ganz gut eingeschätzt. Na, guck mal, das geht noch knapp 5.000. Ja, ich kriege auch noch ein paar. Naja. So, 997 und 1000. Wenigstens 62.000. Zwei Inseln in einem Spiel geküsst. Dafür müsste ich jetzt eigentlich die Agalex-Insel-Medaille verliehen kriegen. Drei Zitters-Unterstützer. Dreadnought, cool. Ich bin Zweiter. Guck mal, bitte. Ich wollte gerade sagen. Ja, doch, wir haben gecappt. Ah, ja, stimmt. Das bringt natürlich immer ein bisschen was. Ja, cool. Und die Kongo da hinten, also... Naja, wie gesagt, ich denke mal, der ist ja mit Tier 5 da unterwegs. Der hat vielleicht noch nicht so viel Erfahrung. Alles gut. Aber wenn du so einen eben hast, der jetzt da vielleicht mit, was weiß ich, 20.000 Schaden rausgeht, obwohl er vielleicht eben auch 60.000 hätte machen können, das schadet dem Team einfach, ne? Du brauchst dann eben einen, der mit 120.000 dabei ist. Lass uns das Thema wechseln, sonst vergreife ich mich im Ton. Fass. Du weißt, was ich von gewissen Leuten halte, die 15.000 Durchschnittsschaden spielen und das Maul aufreißen. Ach, das ist... So, pass auf. Ich muss einmal nochmal hier... Zack, zack. Und... Zack. Und im Zweifelsfalle ist das nämlich gar kein schlechtes Match gewesen, auch nochmal uns zu separieren. Mal schauen. So, ja, was wollen wir denn jetzt nochmal? Eigentlich könnten wir... Jetzt bist du wieder dran. Ja, genau. Eigentlich könnten wir jetzt mal auf die ganz grobe Kelle gehen, ne? Ganz grob? Was kommt denn? Imsen. Was ist das? Mit John Doe. Monty. Monty. Also lieber jetzt als um halb sechs. Ja, ich überlege nur gerade, was ich dazu nehme. Wieso? Hast du auch eine? Nee, 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 nee. Noch hast du. Immer noch... Ja, klar, aber die ist immer noch auf Clan-Gefechte. Ach so. Die muss ich erst mal umfassen. Ich versuche nochmal mein Glück. Vielleicht gibt es noch ein kleines Schiffchen auf dem Konsum. Oh, ein Supercontainer. Nein. Ja, live und in Farbe. Ach, das ist von Wargaming für Streamer gemacht. Ja, das ist so geil. Ich stream jetzt jeden Tag. Streamer-Bonus. So, wollen wir schauen. Container öffnen. Mal sehen, was da drin ist. Und... Klack, 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 klack. 100 Flaggen. 100 Flaggen Solo. 20% verdiente Kreditpunkte. Schnüpf. Also 100 Speedflaggen oder 100 Brandflaggen oder irgendwas in dieser Richtung wäre ein Traum gewesen. Aber so, naja, gut. Muss ich damit leben. Jetzt muss ich mal gucken, kann man das vielleicht deaktivieren? Weil ich befürchte, dass dieses Piepen auch immer rausgeht. Das kann ich dir nicht sagen. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal. Weil das nervt ja dann, wenn das die ganze Zeit da eben auch mit rausgeht. Warte mal. Ja, akustischer Hinweis abspielen, wenn es gemutet ist. Und das Häkchen haben wir jetzt rausgenommen. Echt? Oh Mann. Ja. Dein Ohr, du Nase. Schön, dass du reinschaust. Und das ist ja mit dem Piepen. Also jetzt ist es Vergangenheit. Es piept nicht mehr. Mann. Oh, was haben wir da? Großen Kurfürsten und die Montana. Ja, das ist auch eine schöne Kombination. Und sobald Agilex da ist. Ich bin da. Oh, du bist da. Drück ich auf Gefecht, wollte ich sagen. Ja, ja. Oh, dann schnell noch einen Schluck. Ja, das kann natürlich jetzt eine ganz interessante Konstellation werden, ne? Wobei zwei große Kurfürsten, das ist dann natürlich auch schon wirklich eine Macht, wenn du dann unterwegs bist und die Secondaries einsetzt. Dann kannst du da wirklich rollen und ins Rollen kommen. Oh, wie unerwartet. Wir sind top tier. Was haben die anderen da so offen? Ja. Wir sind als 10er top tier? Ja. Nice. Kommt selten genug vor. Oh, ich werde heißer. Das kann ja nicht wahr sein. Wie lange haben wir noch? Eineinhalb Stunden? Naja, das schaffe ich schon noch. Kabarowsk auf der Gegenseite. Sieht man deutlich weniger, finde ich. So in der, also seit der Umstellung. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe schon ewig keinen 10er mehr gespielt und sowieso generell die letzte Zeit kaum. Oh, oh, jetzt haben sie uns mal hier hingestellt. Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Guck mal auf die Mini-Map. Aber ich vermute einfach mal, dass das durchaus sinnvoll sein kann, wenn jetzt unsere Shimakase, aber wir haben ja nun mal vier DDs, also einer von denen wird ja wohl in Richtung A fahren, oder? Dann werde ich nämlich hier mal so ein bisschen... Wollen wir nicht gleich Richtung B, C drehen? Nee. Nee. Ich wollte jetzt eigentlich hier auf die Dreierlinie und von da aus A flankieren und im Zweifelsfalle mal so richtig den bösen, bösen Jungs, die da... Also das sehe ich echt fast anders. Ich denke B und C, oder nicht? Ja, hat dann irgendwer schon was angesagt? Schau doch mal, wie sich das Team bewegt. Das Team bewegt sich, außer unser Shima, ja, in irgendwelche Richtung. Ja, ja, gut, dann, dann komme ich mit. Sorry, aber gerade im 10er-Bereich gegen vier DDs muss ich nicht alleine auf den Cap fahren. Nee, 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 immer diese Weicheier, echt. Haha. 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 Ich glaube, ich muss mal einen 900-Kilometer-Sprung machen, der nicht direkt an die Team legt. Ach was. Du, kleines Nordlicht, du. Ja. Komm, ich bin light gewohnt. Kann damit umgehen. Jetzt fährt die Igumo aber nicht ernsthaft nach A, oder? Die Igumo, der fährt jetzt so, dass er da Torps reinschmeißt, vermute ich mal. Aber kann er jetzt schon Torps werfen? Joa, anderthalb Minuten könnte schon sein. Ich bin gespannt. Shima fährt jetzt auch Richtung A. Voll. Ich bleibe jetzt auf B-Kurs. Ja, die wollen ja alle immer nicht auf B. Das kann ich in dieser Map ja auch verstehen. Also, wenn ich im Zerstörer bin, finde ich B auch eine echte Todesfalle. Also, was ich aber auch interessant finde, ist, dass ich noch nicht gespottet bin. Oh, Cover 24 Kilometer, weit, weit weg. Altimont, 24 Kilometer, weit, weit weg. Und jetzt kommt hier einer in A. Und ich bin immer noch nicht gespottet. Und da kommt auch ein großer Kurfürst. Ja, dann. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. So, die Igumo, was macht der? Der nutzt seine Verborgenheit und sagt, ich weiß was, ich fahre da gar nicht ran. Da ist eine Hindenburg. Na toll. Ich hab mich total beschissen positioniert. 19 Kilometer, Hindenburg. Boah, so schnell ist der aber nicht unterwegs, oder doch? Nee, der bremst ab. Der wird langsam. Jo, meine gehen auf, voll ins Wasser. Hat er gut gemacht. So, und da ist die Igumo. Kommt, Jungs, schießt den an, dann bleibt der stehen. Der fährt jetzt rückwärts. Aber hat eigentlich auch schon ein Problem mit den... Bei den B ist auch schreit. Ja, das ist genau das Problem. Wenn die dann da in B auch noch sind. So, da hab ich die Basis nochmal verteidigen können. 13,50. Ja, was, soll ich nach B fahren, oder wollen wir A? Also... Noch kann ich drehen. Ja, wir haben... Dann komm nach A. Okay. Oh ja, sehr schön. Shima Hadiogumo. So, ich werd mal hier mein Flugzeug starten. Weil unsere... Och, die Shima fängt sich auch noch ein. Dein Ohr, du Nase. Ich find deinen Nick einfach nur geil. Sozusagen. Ich hab das jetzt gerade gelesen. Das ist ja mal cool. Also, ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also jetzt Richtung A zu fahren, das kann auch schon wieder nicht wirklich gut sein. War gestern... Oh fuck ey, das ist doch alles... War gestern in nem Stream, da hieß einer dreckige Damenbinde. Wie kommt auch solche Nix? Ach du Scheiße. Ja, das... Also so möchte ich ja nicht durch die Gegend laufen. Also nicht wirklich. So, drei Zielen auf mich. Na, schönen Dank. Tau, fahr halt nen Schritt schneller. Bitte, nur ein Stück. Wer mag das wohl alles sein? So, und jetzt bin ich auch nicht mehr gespottet. Ah, von da kommt was. Okay. Wo geht die hinten bürgen da drauf? Ah ja. So gut. Nope. So, und ich bin wieder entdeckt. Ich werde aus B heraus gespottet, würde ich sagen. Ja. Definitiv. Zwei Citatellen auf dem Kurfürsten. Alter Schwede. 37.260. Geile. Sehr cool. Ja, und ich muss jetzt hier abhauen. Das ist ja... Das hasse ich ja, ne? Also wenn keiner da ist, der spottet. Wenn ich da... Ach, da ist es die Missouri. Der steht da hinten. Komm mal lieber. So, dasselbe nochmal, bitte. 20 Kilometer. Nee, zu weit vorgehalten. Ah, nee, doch. Die gehen, die gehen, die gehen, die gehen. So, nochmal 15.000. Ja, guck mal, ich hab von vorne 16.000 auf die Missouri. Der wird sich auch gewundert haben. So, großer Kurfürst. Jetzt drehe ich ein auf dich. Oh, da kommt eine Baltimore. Ich glaube, da werde ich mich jetzt nochmal richtig komplett... Ach, du Scheiße. Und ich hab... Das ist ja ätzend. Ja, ja, ja. Das ist ja auf Steuerbord. Da kommen Shima Torps. Und ich hatte schon eingelenkt. Ich muss jetzt diese Nummer weitermachen. Das ist so ätzend. Ich krieg davon drei Stück. Das kenn ich. Und muss damit leben, dass ich dann noch, nochmal welche nachkrieg. Wie viel... 1.000 kann ich mal auf die Kurfürst schießen, doch. Na, Kurfürst, tschüss. Tschüss. Ah, wo haben wir die Kugels eingeschmackt? Na gut. So, da kann ich nochmal der Khabarovs 10.000 abnehmen. Aber das war es jetzt auch für mich hier. Dann nimmt die Khabarov gleich auf die 6-Ride. Khabar, eine Salve und schon steckt er mich an. Ist natürlich klar. Ja, 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 ja. Ich bin raus. Zwei Brände. Und tschüss. Ich wurde nervt, ey. Ich kann doch jetzt nicht auf den schießen. Das geht gar nicht. Ey, das ist ja... So, ich arbeite mich mal hier zu viel durch. Ja, so klar. Ach, und jetzt kann ich... Ey, das verstehe ich nicht. Das ist eine Sache, die ich echt nicht verstehe. Warum kann ich jetzt nicht scrollen? Warum ist die Scroll-Funktion jetzt nur zum Ton leise und laut drehen? Ich... Also manche Sachen irritieren mich wirklich. Ah, Hindenburg. Ja, ich... Kann... Kann nicht auf den schießen. Ich kann mich nicht auf den drehen. Warum nicht? Kannst du jetzt weiter rumdrehen noch. Eigentlich wollte ich nicht da wegfahren, aber... Ey, aber du kannst ja die ganze Zeit die Hindenburg da auf dich ballern lassen. Ja, ich weiß schon. Der lacht sich ja tot. Schauen wir mal, wie lang. Oh, oh, wie gut, dass du rausgedreht hast. Japp. Pass auf, wir fliehen halt. Jetzt brenne ich mal 55 Sekunden. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Ja, sah besser aus, wie es war. Bisschen drüber. Eine bescheidene Situation, Alter. Tja. Aber die Missouri krieg ich jetzt von der Yugumo? Oh, shit. Ja, aber ich auch. Ja, aber... Oh, 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 oh. Oh, oh. Nimm dir die hinten vor, würde ich immer sagen. Klatsch den weg. Ja, mit einem Turm. Und in kürzester Zeit ist es vorbei, weil ich kann erst in 21 Sekunden da stehen. Ja. Einsatz mit nichts. Die Yugumo torpt aber auch sehr eigenartig, muss ich sagen. Also, wenn die ganzen torpen sind, die der größte... Wenn du zwischen die Fronten gerätst, das ist scheiße. Das hat er mit seiner Hindenburg clever gemacht. Ich hätte tatsächlich an deiner Stelle einen ganz anderen Weg gesucht. Ich wäre gar nicht mehr jetzt in Richtung B gefahren. Ich wäre immer weiter von B weg erst mal und hätte mich nur auf die Hindenburg konzentriert und hätte jetzt den Abstand zu den GK und NC und sowas gesucht. Damit die wirklich keine Chance haben, dich zu beschießen. Ja, klar. Guck auf die Minimap. Du bist das einzige Ziel gewesen, dass die wirklich hätten beschießen können. Der Rest verschanzt sich da in A. Das ist ja unser Problem. Wenn du das siehst, du darfst dich nicht zum Ziel anbieten. Und das hast du getan. Ja, was soll ich denn dann machen? Soll ich mich mit in A stellen? Zu den Furzpiepen da? Nee, aber von denen wegfahren und auf der E-Linie nachher landen. Alter, gerade ich bin derjenige, der sich immer aufrecht, wenn Schlachtschiffe ein Schiff chasen. Dann kann ich nicht ab und chasen nach Hindenburg. Echt nicht. Aber was willst du machen? Ich weiß, in dem Moment war es schlecht, aber das geht bei mir nicht. Das geht gegen meine Natur. Ja, aber guck dir jetzt hier mal die Torps von der Yugumo an. Dann verliere ich jetzt lieber das Spiel. Wenn du so einen Zerstörer hast, der nimmt halt auch nichts raus. Das ist, äh, ja, naja. Du, wie auch immer, ich würde sagen, wir können hier raus. Das Ding ist dann die erste Niederlage. Die zwei Zietas hast du gezählt, ne? Das geht jetzt. Natürlich. Alles gut. Natürlich. Alles ist gut. Alles ist eingestellt. Es wird angezeigt. Es wird gezählt. Alles funktioniert. Es piept nicht mehr im Chat. Ähm, also nicht im Chat, sondern im Stream. Ja. Okay. Es ist eigentlich ja auch immer wieder verblüffend, ne? Da gehst du einmal in Hightier und sofort ist das Ganze halbwegs eine Katastrophe, weil die Leute... Lass es einfach. Lass es einfach. Merkwürdig unterwegs sind. Black Omega, moin moin. Schön, dass du reinschaust. Was machen wir denn? Wobei ich jetzt eben auch sagen muss, also das war von mir auch nicht wirklich schlau, da so lang vor B zu bleiben. Wir haben beide schlecht gespielt. Scheiß drauf. Komm. Ich würde gerne mal eine Runde Franzosen fahren. Was hältst du noch? Eine Runde Franzosen? Britannien oder so? Genau. Da kann ich eigentlich jetzt noch bei der Britannien, oder muss ich noch bei der Britannien, ein bisschen was drauf packen. Ja, ich habe die Lyon, aber die gefällt mir nicht so. Die Britannien finde ich jetzt richtig gut. Okay. Na, die Lyon, da muss ich erst mal hin. Was ich noch nicht so oft gespielt habe, ist der 6er, weil ich hatte ja irgendwie 400.000 Free XP. Ich habe mich bis zum 7er... Warte mal. Habe ich sie alle mal freigeschalten und mal angespielt? Ich finde sie eigentlich alle nicht schlecht. Die Normandie. 47 bis zur Normandie. Und ich habe 43,8. Also wenn wir jetzt die Britannien vernünftig fahren, dann könnte ich anschließend vielleicht sogar noch die Normandie freischalten. Ja, cool, dann kann ich die auch noch mal fahren. Weil, wie gesagt, ich spiele zur Zeit eh nur mit dir. Und von daher wäre das cool. Weil ich finde die schön. Das sind schöne Schiffe. Na, schauen wir mal. Ins Gefecht. Ja, durch dich. Bei mir an den Füßen, ey. Ein 7,5er. Ist aber gar nicht weiter schlimm, weil es gibt gar keine großen... Oh, es gibt Kreuzer. Kreuzer, Kreuzer, Kreuzer. Naja, auf Zuflucht. Aber das ist so eine Sache. Aber es sind nur drei Schlachtschiffe. Wow. Zitter-Bardy, mein Lieber. Wow. Kreuzer bis zum Abwinken. Und gleich auf AP. So, dann würde ich jetzt aber sagen, fahren wir Richtung C. Okidoki. Weil der New York, der steht ja schon vor B. Also ganz außen. Bis der an B ist, dauert es schon. Und dann ist in der ganzen Zeit kein Schlachtschiff an C. Das ist natürlich ein bisschen doof. Alles gut. Ich habe den Kurs schon eingegeben. Die Maschinen fahren an. Sehr gut. Stollmann ist eingewiesen. Ja, der liegt doch im Eck und säuft. Aber ja. Alter. Ich habe einen Autopilot-Knopf gefunden. Sehr gut. So, dann können wir aber schon mal ein bisschen näher ran fahren. Und dann quer fahren. Aber freue ich mich später auf Sea of Thieves. So ein geiles Spiel. World of Warships. Alles gut. Aber verzeih mir, dass ich heute etwas gehypt bin. Ich war heute Nachmittag bei, wie heißt der? Black, ne, Birk Black. Da haben 4000 Leute im Stream drauf gewartet, bis die Final Beta eröffnet wurde. Eine Stunde. Und es sind mehr Leute geworden statt weniger. Unglaublich geil. Der Typ zieht so eine Show ab. Habe ich heute erst entdeckt. Wegen diesem, wie heißt das neue Spiel hier? Surviving Mars hat der gespielt. Und das wollte ich mir auch angucken. Und dann hat der eine riesen Show gemacht mit Final Beta von Sea of Thieves. Mit Hintergrund, mit Piratenkostümen, mit allem drum und dran. War richtig cool. Okay. Eine Stunde haben die die Leute warten lassen. Ich denke, dass das sogar Absicht war. Um es noch mehr zu hypen. Also da muss ich sagen, wenn mich einer eine Stunde lang im Stream warten lässt, bin ich aber ganz schnell weg. Ketten ohne Scheiß. Das war eine Stunde lachen. Lachen ohne Ende. Ich habe so gelacht. Ich bin fast nicht zum Arbeiten gekommen. Wo fährst du eigentlich hin? Na, so wie wir gesagt haben. Bist du C? Ja, ja. Ich fahr nicht in der Nachtsee. Ich schaue nur so ein bisschen auf die Map und stelle fest. Ah, ganz okay. Er ist ja echt in der Nachtsee. Na gut. Ja, logisch. So ein Stück hinter mir. Ich will doch ran hier. Ach so, lass mir ran da, denn sie will ja. Ja, wenn ein Support dabei ist, komm ich gern. Dann fahr ich bei der kleinen Insel hier mit rein. Kein Act. Ich bin der Letzte, der sich vor einen Infight drückt. Boah, da kommt eine Leander. Das ist aber alles immer noch so weit weg. Da ist die Kremiachi. Der da aufgeht. Da. Der haut aber auch ab. Da ist eine Orgerie. Oh, da ist eine Orgerie. Ich habe eine Orgerie gefunden. Komm. So. Mein Lieber, du willst da auf unsere Hotvoiski schießen? Ah, und? Eieieiei. Knapp. Eine Atlanta. Wie schön. Eine Leander. So, guck mal. Jetzt wird es doch hier interessant. Wird es kuschelig? Unser Hotnik kriegt er für alt und für neu. Ich vermute noch von der Atlanta. Ups, weg ist er. So viel zum Thema spotten. Ja, es hat sich schon angedeutet in dem Moment, als er abgedreht hat, wie... Naja, ich sage nichts mehr. Nein. Ich habe nichts schworen. Ich sage nichts mehr. So, Atlanta weicht aus. Okay. Spiel dieses Spiel nur noch aus Spaß. Regen mich auch nicht mehr über schlechte Teams auf. Nein. Hehehe. Es ist ja auch... Also... Get that fucking Atlanta. Ja. Oha. Da kommt aber eine schöne schwarze Torps. Ja. Und die Mars... Dann hau ich doch mal voll die Bremse rein, ey. Uh, 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 uh. Und alles... Brems, Baby. Alles rennet, rennet, flüchtet. So, da kommt auch ein König. Würde jetzt gerne wissen wollen, wo diese blöde Leander ist. Komm, Leander, zeig dich. Ja, der steht dort irgendwo in seinem Nebel, oder? Ja, obwohl, ich kann Gas geben. Da komme ich doch fein durch. Ach, die laufen aus und deswegen brems ich. Alter, schisser. So, Leander, und ruf. Bumm. Ja, sauber. Machst du das? Ja. Heiß. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Da ist gar nicht so viel Verzögerung jetzt im Stream. Wie wartest du jetzt? Fünf, zehn Sekunden? Ja, da kommen schon wieder Torps. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Du stehst da richtig gut für die. Ja, ich muss jetzt ganz eindrehen. Dann nehme ich halt jetzt auch mal eine Insel. Aber... Moment, da habe ich doch aber eigentlich... Boah, die gehen auch aus. Guck mal, dann nehme ich doch die Akazuki hier. Ich dachte immer, ich habe das einzige Recht zu Inseln. Staatlich geprüfter Insel-Tester. Äh... Oh. Jetzt habe ich tatsächlich hier... Was? Wo ist ein Zerstörer? Äh, auf C-8. Okay. Die Akazuki, oder was? Ja. Und der ist so gut wie weg. Der hat nur noch 600 oder sowas. Alles klar. Hallo, seid ihr nicht ganz sauer? Was wollt ihr denn alle von mir? Oh, Kirov, 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 bitte wart noch einen Moment. Kollision. Na komm, komm, komm. Dann rutsche ich da jetzt vorbei. Ah, das sind keine deutschen Kugeln. Ich hätte weiter vorhalten müssen. So. Ja. Ja, schießen die mir hier tatsächlich einfach da... Das ist ja also... Nee, 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 nee. Oha. Oha? Atlanta, ne? Steht da an der Ecke. Pass bloß auf. Ja, ja. Vor dem habe ich keine Angst. Aber ich habe gerade HE wiedergekriegt und... HE ist recht... APA, da ist sie. Die König war das. Mhm. Weil solange die Atlanta da hinter der Insel steht, sieht er mich ja nicht. Ich komme an nichts ran. Ich habe gerade die Bremse rein. Ich komme an nichts ran. Ich fahre jetzt mal von der anderen Seite. Lassen wir uns mal in die Zange nehmen. Gib mal nicht so viel Gas, bitte. Ich versuche da irgendwie... Wird aber einen Moment dauern. Ah, da ist die König und noch eine König. Okay. Daher. Das ist ja auch immer... Wir haben hier noch dabei. Ja, also pass auf. Die Königs. So, und da ist die Akatsuki. So, hoffentlich nimmt die Master jetzt raus. Ah. Das ist 5 gegen 4, Alter. So, die König zeigt Breitseite hier. Ach, der steht da immer noch. Da hätte ich jetzt nicht schießen dürfen. Ja, dann muss ich abdrehen. Boah, 9200. Ich weiß nicht mal, wie weit er weg ist, dass ich plötzlich Atlanta-Torpedos fress. So, Mars. Du müsstest jetzt mal ein bisschen hier nach vorne spotten. Das wäre ein super Deal. Und so lange ich nicht weiß, wo dieser Akatsuki ist, muss ich jetzt hier wegkipen. 950. Das ist ja großartig. Die executivo-König. Noch mal 14463 reinhauen. Oh, jetzt kommt's bei mir. So, und den Rest könnt ihr doch machen. Und ich tu der Atlant, damit ich mich halt nicht hingefallen, hinter der Insel vorzubekommen. So, weg ist er. Dann kann ich jetzt wieder drehen, aber wenn die Akatsuki bei dir ist, dann... Also, Mars Nein, so spielt man nicht. What? Nice Aim Assists Hex. Was wieder? Against a French OP Ship. Mit Nation. Was? 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 Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich lach mal nach. Ist ja geil. Aber der meint doch jetzt nicht mich, oder? Ich weiß nicht, wen er meint, aber egal, wen er meint. Ey, das ist ein surferbasiertes Spiel. Hier ist nichts mit Hacken. Das wird alles in Echtzeit berechnet, Leute. Geil. Das ist ja geil. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Und ich hatte es schon gedreht, ich muss es durchziehen. Oh, fuck. Ich zieh es ja auch durch. Ich zieh auf die Kirow durch. Oh, scheiße. Ich kann nicht treppen. Du drehst doch, oder? Ich kann nicht treppen. Oh, die Salve kommt schick. Für 1900? Ich weiß nicht, ich denke. Trevier, moin! Schön, dass du reinschaust. Ich habe gerade erst gesehen. So im Kampf hier herum. Kannst du jetzt ganz entspannt den Chat ein bisschen unterhalten? Soll ich das? Ich hoffe, du magst. Ey, wir haben vier Caps. Weil wir sie weggedrückt haben von den Caps, weil sie keine Chance hatten da ranzukommen. Ja, aber wer hat mich dann jetzt weggetoppt? Doch diese Akatsuki oder was? Aber der cappt doch gerade D. In welche Tops bin ich gerade gefahren? Ne, die Kremiachi. Der cappt. Die Akatsuki ist raus, würde ich sagen. Ja, und die Kirov kann nur fünf Kilometer toben. Der kann es nicht gewesen sein. Nein, nicht wirklich. Und die Atlanta kann nur vierer halb. Ja. Wo wirst du denn? Also, was waren das für Torpedos? Was war's? Ich meine, das ist ja wurscht. Das wird der nächste Sieg. Ja. Diese eine bescheuerte Niederlage. Schade. Ich wurde kaputt gemacht. Warte eigentlich. Zwei, sieben. Okay. Die Torpedos sind mir ein Rätsel. Was waren das für Torpedos? Die haben doch alle gar nicht die Reichweite. Deswegen habe ich mich ja auch so sicher gefühlt. Ich hätte nie mit Torpedos gerechnet. Die haben bestimmt ein Urboot, Alter. Die haben ein Urboot. Jetzt habe ich es verstanden. Meinst du? Na klar. Na, überlegen. Wer hat mich rausgetorbt? Erzähl mir das mal. Ja, wahrscheinlich die Akatsuki. Und die ist dann anschließend rausgeschossen worden. Ah, das kann sein. Das kann sein. Dass der mich noch rausgetorbt hat, bevor ich... Bevor er gestorben ist. Das kann sein. Dass das dem seine Torps waren. Weil alles andere... Da wollen wir nicht mehr in den Hälschießen. Da kommen wir nicht mehr ran. Hätte ich nicht so bescheuert gerade das Drehen anfangen, wäre ich sowieso rausgekommen. Scheiße. Aber ist doch alles ganz entspannt. Ja, ja. Wie gesagt. Ich ärgere mich nur über mich selber. Über was anderes ärgere ich mich bei dem Spiel nicht mehr. So. Und 946. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht noch mal schieße... Ich bin mir trotzdem... Nein, das ist schon... Oh! Fubuki! Weg ist sie! Atlanta hat ihn weggeklatscht. Oha! Ja, ja. Das ist ganz gut. Mal gucken. Komm ich vielleicht noch mal dazu. Weil wir meine schlechteste Runde besitzen. Trotz der anderen Runde. Ja, egal. Trävi, da wird sich aber einer freuen, wenn er das liest. Ich glaube, er hat es noch gar nicht gelesen. Finde ich toll von dir. Was, 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 was? Du bist gesubbt worden. Ich bin gesubbt worden? Du bist gesubbt worden. Trävi hat einen Subter gelassen. Boah, super. Das ist ja großartig. Vielen, vielen Dank. Ich habe es echt nicht mitbekommen. Deswegen habe ich es dir gesagt. Das ist... Ja, sowas ist immer wirklich was Besonderes, finde ich. Das ist schon eine tolle Geschichte. Mit so einem kleinen Streamer wie dich auf jeden Fall. Ja. Für mich toll. Klein, hallo, fast 1,90. Ich bin 1,93. Also bitte. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ey, wir kommen langsam ins Schwung, Alter. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es nicht mehr aufhört, sondern rückwärts geht. Nix. 35.000 Schaden. Was soll ich sagen? Bitte frag mich gar nicht erst. Alter Schwede, da sind wir aber jetzt wirklich hier in einem Fünfer-Siebener-Match mit fast nur Kreuzern. Aber wir waren irgendwie auf der falschen Seite. Kann das sein? Ich bin immer noch... Also ich konnte nicht wirklich, konnte nicht wirklich viel auf Kreuzer schießen. Ich auch nicht. Die waren halt viel hinter der Insel. Ist ja... Ich wäre halt außenrum fahren, dann hätten wir mehr Schaden machen können. Aber ich bin ja nur der Wingman. Nein, 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 nein. Genau, mi, 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 mi. Genau, guck mal, 46.000 habe ich jetzt. Immer noch heißer. 46.458. Wir müssen in Britannien normal fahren, dann kann ich anschließend die Lyon kaufen. Gern. Und dann fahr... bis, die Normandie. Die Normandie, ja, na klar. Ja, dann machen wir das doch. Normandie ist gut, dann habe ich einen 19er Kapitän drauf. Ach ne, einen 12er, der 19er ist auf Verlierung. Ja. So. Ach, ich habe so viele Free-Kapitäns-EP, jetzt war ich zu lange. Okay. Jetzt kriegen wir mit Sicherheit ein 7er-Match mit drei 7er-Schlachtschiffen dagegen und können nur HE schießen. Aha. Die Meisenau, Nefuso, New York, Iron Duke, Wyoming. Oh, Glückwunsch. Gute... Gleitsack-Standard. Gute Divi. Wyoming und Königsberg. Bei uns oder beim Feind? Beim Feind. Dann ist es doch ein perfekter Divi. Sag ich doch. Gute Divi. Ja, sollte man nicht machen. Man sollte Division wirklich ein und dasselbe Tier und dann kann dir sowas nicht passieren, dass du jetzt als 4er, als Wyoming gegen 7er ran musst. Der weiß ja gar nicht, wie ihm geschieht. Ich wurde mit Ansage. So, die Frage ist... Waren wir in Richtung Base? Unsere Base. Unsere Base, ja klar. Ja, ja. Und verteilen von da aus so ein bisschen. Ja. Wir können ja kurz dieser vorgelagerten Insel einschlagen da. Ja. Was ist das? FG... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich bin zwölf Kilometer voraus. Zwölf Kilometer voraus. Ja, kommt hin. Omaha... Gib Gas. Aber brauchen wir nicht sagen, Omaha ist sowieso schneller als erwartet immer wieder. Ich finde bei der Omaha muss man so ziel... Kann das sein, dass du es heute ein bisschen mit den Overhaars hast? Ja... Was soll ich da sagen? Oh, Fuso. Fuso auf Parallelkurs. Gefällt mir nicht wirklich. Nee. Also... Fuso... Sollten wir den Bug etwas anwinkeln, aber so wie wir jetzt fahren, schneiden sich unsere... unsere Kurven. Ah, da kommt eine ARP Miyoko. Daaa. Ey, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Die ARP Schiffe? Ja, doch hab ich... Ja, generell eine Miyoko. Achso. 1,18,1 darf ich. Und ich würde wetten, der dreht jetzt nochmal ab. Und fährt zurück ins Camp. Na, na, komm. Das ist ein ganz mutiger. Das siehst du sofort. Ein Stück noch? Nein, 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 nein. Habe ich zu weit vorgehalten oder passt? Ich glaube es passt. Meinst du? Ich glaube... Ja, aber dann jetzt nicht vorpreschen, ne? Was natürlich die Hälfte wieder machen wird. Vorpreschen und sich einzeln abschlachten. Boah, ich will mal sehen, ob ich den Fuso einverpassen kann. Ich drehe mal ein bisschen auf dich ein. Aber dann gebe ich doch der Fuso auch mal einen mit. Alter, der ist aber richtig schnell. Nur 3,1. Oh, da kommt der Königsberg. Auf 15,6 Kilometer. Ah. Und fährt schön, schön parallel. Warte. 8 Sekunden? Dann hätte ich mir das aufheben sollen. Ah, Königsberg. Komm, 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 zwei Sekunden. Was war das? Drei Treffer auf der Fuso mit Nullschaden. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob die Königsberg da weiterfährt oder nicht weiterfährt. Wenn er weiterfährt, fährt er... Na? Oh, 950. Das ist ja ein großes Kino hier. Aber wir Königs... Oh. Da gab es einen für die Königsberg, würde ich sagen. Ja, das war ein Torb, den er gefressen hat. Achso, okay. Ich habe ihn leider nicht getroffen. Warum auch immer. Ich glaube nicht verstanden. Ich bin gespannt. Aber als wir letzte Woche gespielt haben, muss ich doch nicht gehen. Lümmel 63. Kriegt jetzt richtig einen eingelümmelt. Na komm. Ich bin doch mit den Kanonen zurechtgekommen. 8-7. Habe ich ihn jetzt endlich? Ja, das hoffe ich doch. Nee, wieder nicht. Was? Wieder nicht. Warum muss man eigentlich hier immer mit Anfängern spielen? Das ist doch... Hahahaha. Na Königsberg, dreh es sich weg, joa. Wollen wir hier genau rein? Yes baby! Mit Citadelle, du Anfänger! Oder wie war das gerade? Sehr gut. Ja, aber den hätte ich ja nicht mehr absetzen müssen. Dann hätte ich jetzt die Miyoko da schön nehmen können. Schade eigentlich. Ich habe noch zwei... Unsere Basis ist aber ziemlich verwaist, ne? Siehst du das? Wir sind hier so ziemlich die letzten Mohikaner. Die anderen machen da richtig Druck. Ja, dann... Hm. Ja, dann müssen wir die zwei abfangen, die da kommen. Schon dabei. Ich dreh bei. Na... Oh, heil, der Schwede... Aber da ist ja noch einer! Der gibt aber richtig Vollgas hier. Die Miyoko ist noch da, die Cleveland kommt auch mit. Die Cleveland? Steuert auch raus aus dem Cap, also... Ja, aber die drehen ja jetzt schon wieder ab. Also die Gneisenau hält Kurs, aber die Miyoko, die dreht ja schon wieder ab. Da können wir da nochmal ein bisschen eben Capwildern bei denen. So, Cleveland! Also zuerst verteidige ich jetzt. Ich habe keinen Bock das Spiel zu verlieren. Wenn... Ich auch nicht. Wenn sie blöd durchkommen, weil da oben ist. Ich will über diese Cleveland da jetzt einen verpassen gleich. Na, drehst du die noch ein bisschen? Gib mal der Wyoming eine mehr. Na, komm. Dreh dich noch ein bisschen weiter. Ja, genau. Komm, dreh dich noch ein Stückchen. Noch ein kleines Ideechen. Noch ein... Naja... 2850. Dita! Auf die Wyoming! Ohhhh... Sehr schön! So, und ich... Also das mit den 5 Türmen finde ich cool. Die kann man schön teilen. Hier wird nicht geteilt. Hier wird voll ausgeteilt. Parallelkurs zur Cleave. Die Idee auf 11 Kilometer. Hm. So... Mh... 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 Je nachdem wie sie kommen. War gut. Nur 5000. Gnevni! Oh, die Gnevni. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. Ich dreh jetzt aber auch noch mal zu dir mit rum. Obwohl unsere Gneisenau ist auch wieder da. Das ist auch schön. Die Gegner pushen aus ihrem Cap raus. Ja, so sollen sie. Aber die sind in Front, ne? Ja, ja. Klar. Weil das Problem jetzt einfach genau das ist, dass die Hälfte nicht mit gepusht hat. Und die, die gepusht haben, werden jetzt abgeschlachtet. Naja, was heißt gepusht haben? Die fahren da auf der 1er Linie hoch. Also das ist jetzt auch nicht wirklich so die optimale Position. Nö. Ja, die, die wirklich gepusht haben, sind ja schon tot. Ja. 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 Und unser Shinonome... Weiß ich auch nicht. Der hat auch richtig schon gefressen jetzt. Ah, da kommt die Cleave. Oh, mein Lieber. Mit ein bisschen Glück. Noch mal Zita. Ja. Oh. Oh. Sehr gut. Oh, aber jetzt... Jetzt kriege ich richtig. Ja. Und ich hoffe, dass ich die Cleave da richtig kriege. Oh, ja. Da gibt's auch noch mal eine Zita. So. 6.000 hat er noch. Also mit ein bisschen Glück. Ja, Shinonome taubt ihn schon. Das ist sehr gut. Oh, Shinonome, du brauchst nicht auf den schießen. Warum? Warum? Das ist so dumm wie nur irgendwas. Auf ne... Nee. Ja, und raus ist er. Mein Gott. Echt. Nee. Jetzt hab ich ihn falsch eingeschätzt. Ich dachte, der dreht wieder auf uns zu. Aber er hat weggedreht. Die Gnevny, der versucht mir da einen einzuschenken. Nix da, mein Freund. Nix da. Nix da. Nix da. Nix da. Nix da. Bist du die Gneisen auch? Nix da. Nix. Hau, ich muss andersrum drehen. Sonst hänge ich gleich wieder an der nächsten Insel. jetzt ein bisschen aufpassen weil da... super kein treffer schlägt alles links und rechts von dem ein das gibt's doch alles gar nicht muss ein bisschen aufpassen wegen dieser aber ich fahr noch ein bisschen näher ran weil im zweifelsfalle kann ich vielleicht diese arp mir oder noch einen einschenken aber der ist jetzt langsam aber sicher out of range oh da hat er aber rechnung eingekriegt sehr gut auch dann nicht mehr schießen für mich ist er zu weit entfernt nehm ich mir den nachtel über den niacenau niacenau ist zu schnell ich hab mich... ja ja der ist der ist richtig fix unterwegs warum ich zweimal gewassert gewassert habe ja und... aber auch nur 4000 so und der andere ist raus so die gnevni kommt da alter schwede der hat noch 13.000 ja aber vor der gnevni müssen wir jetzt nicht wirklich angst haben nein aber die frage ist ob ich da nicht auf h.e. lade aber wenn der... ja mach ich auch er steckt nicht an der sack ne weißt du was kommt ist egal ich bleib jetzt bei arp ok ich halte da bloß abstand denn dahinter kommt jetzt auch noch diese york der stellt sich jetzt dahinter die insel und will von da aus immer schön noch ein bisschen schießen will seine punkte machen nix da york nix da da musst du schon mal rauskommen toll ich bin zu und der trifft mich wie das manche sachen also ich bin auch zu das heißt also auch die gnevni... entweder kommt der jetzt hinter den inseln da gleich raus oder der ist wirklich noch mal zurück gefahren ich dreh jetzt auf jeden fall wieder weil unsere rest... unsere resta... oh jetzt bin ich entdeckt und entweder kommt jetzt die york da raus also ich bin immer noch zu also kommt er dahinter der kleinen insel so ja dann muss er auch zwei zielen auf mich da ist er da ist er na komm her baby na komm her baby so 9 zu 100 auf die gnevni aaaahhhhhh schade, 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 schade wie sieht es denn bei unserer Gneisenau aus? naja es geht aber weißt du was ich... jetzt wird es blöd zu blöd jetzt schieße ich doch HE weil im zweifelsfalle schieße ich auch HE auf die Gneisenau wir haben sie in Fuso da unsere New York in Mexiko noch rausgenommen und super ich brenne mal wieder weil die york jetzt auch schön mit HE schießt vielleicht kannst du die york ein bisschen vom Hals halten ich will den grad aufmachen ja und ich schau mal ob ich da irgendwas mit der gnevni hinkriege da ist er schon warte jetzt hat er zu früh Gas gegeben na gnevni was sagst du dazu hm oh ich hab's doch getrunken oh ja 5,6 und ein Brand und ein Ausfall so und ich vermute mal unsere Gneisenau's die werden sich jetzt da gegenseitig raustauken oder? ich war jetzt direkt gegen die york ja pass bloß auf dass die gnevni dich nicht da die gnevni muss auf 4km ran dann weckt mich die Secondary Show ach so die haben sich da tatsächlich gegenseitig raus wir haben hier oben übernommen piney hi hey piney schön dass du einschaust so und diese gnevni der versucht mir tatsächlich jetzt hier näher zu kommen würd ich sagen ja mit seiner york geht mir auf den cake say das ist so eine feige radde aber wäre ich auch wenn ich nur noch ein paar hundert verpapier hätte aber klar hat er nur? ja nur noch ein paar hundert ok aber dann spielt er ja nicht schlecht so jetzt bin ich nicht mehr gespottet was bedeutet dass die du bist aber gespottet ne? also er zeigt mir nicht an dass ich entdeckt bin ok weil die gnevni da ja auf dich schießt ja aber ich habe keinen entdeckten aber er schießt vorbei oder? weil ich bin auch noch nicht also die beiden können wir auf jeden Fall noch rausnehmen ja und die anderen sind alle relativ weit weg noch also noch fehlt denen die Unterstützung die york ist weg sobald er aufgeht ja aber die Pensacola also ich glaube jetzt wir sind noch zu dritt jetzt bin ich jetzt bin ich offen ich auch dann ist der aus seinem nebel rausgefahren weil die york ist noch zu ich bin auch nur von einem aufgedeckt ich auch da ist er da kommt er da kommt er da und da ist die die york ich kann jetzt noch nicht auf die york naja ich bin bei der york schon in torpedo reichweite ich muss aufpassen jetzt ist da gleich torpedo aber der ist jetzt der ist jetzt wieder in seinen nebel reingefahren hier der ist wahrscheinlich nur rückwärts gefahren ist dann einmal raus gefahren oder ist langsam vorwärts gefahren oder wie auch immer der mit seiner york stellt sich halt echt da zwischen die zwei inseln ja klar aber lass ihn doch na ich schieße ihn jetzt da raus zwischen seinen zwei inseln ja du musst doch musst doch aufpassen ich bin jetzt auch extra noch ein bisschen näher ran gefahren hier vielleicht können wir diese gnevni ja noch aufmachen jetzt bin ich offen ich auch aber das ist auch weil der nebel von der gnevni jetzt auch langsam enger wird da ist er wie weit ist der weg 7 km noch weit genug weil ich kann jetzt die rohre nicht drehen ich will jetzt erst diese york haben und dann zurück zur basis 776 ja da ist die york ist weg sehr gut und wo ist mein kleiner russischer freund den habe ich aus den augen verloren ja die york kriegt mich noch nein oh ne noch nein ich habe gedacht ich habe früh genug erwischt man der war nur mit dem arsch draußen ja warum wohl ich habe echt gedacht ich habe einen prügel noch weggeknipst so ne scheiße damit habe ich nicht gerechnet sorry what a noob was wirklich noch für ein oh ärgert mich oh er kotzt mich das ab ich hätte schon noch gekreisen können und er da gut verteidigt aber zu zweit habt ihr keine chance glaube ich nicht nein scheiße mann kann er zum cap fahren oh ärgert mich das gott war das dumm ich habe nicht gedacht was hatte der für einen torpedowinkel ich habe schon ewig keine york mehr gespielt der muss doch war nur der naja gut das ist so er hat mich weg gemacht gut nicht aufregen ja so ein Mist das problem ist dass ich jetzt hier gleich zwischen HE und AP wechseln muss so jetzt bin ich gespottet die Knebny ist doch schon so weit runter den kriegst du doch mit AP auch raus ja das ja aber der hat der hat 4000 oder sowas noch ja das ist halt also da muss ich ihn schon unten da muss ich ihn schon mit AP verdammt gut treffen ah mann ärgert mich das bis jetzt hat er auch im oh jetzt ja julio ist aber auch die cleave kommt da dann muss ich aber jetzt auf jeden fall gleich nochmal auf AP umschalten das hilft ja nichts ja 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 war ja klar wie viele kugeln haben dich wieder getroffen eine eine von ihm ja so wie ich das gesehen hab so ja oh das dauert bis du drehst und dauert und dauert und dauert und dauert und unsere unser Julio ist auch ein großer Kämpfer muss ich sagen also echt ja ja total und auch extrem sicher mit seiner HE äh was der da hinten will ich hab keine Ahnung ja der geht ihm gegessen ja ja natürlich ja ja natürlich aber trotzdem ist es ja ärgerlich wenn du so rausgenommen wirst weil dann dein Kumpel da hinten liegt schau dir das an so eigentlich dass ich raus bin die zwei werden wahrscheinlich schon wenden das ist echt ärgerlich also das so hab ich schon lange über mich selber geärgert sonst war ich so bescheuert das wäre mich weg wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenken hätt bloß andersrum wenden müssen aber ich hab nicht gedacht dass der auf dem spitzen Winkel überhaupt noch Tops rausgekommen oh oh alter ich schätze wir sehen gleich beide die Fische von unten ja da ist es schon so weit also bei mir wäre es jetzt noch eine Sekunde gewesen dann hätte ich noch mal auf die Kneff nicht schießen können aber ganz ehrlich diese Julio der kriegt von mir jetzt ein Spiel schlecht weil der spielt einfach schlecht er hätte jetzt ja wenigstens noch mal mithalten können und versuchen können irgendwie zusammenzuwirken aber wer dann nach hinten abhaut also ach komm drei Zitters zwei Kills ja alles gut dumm weggetorbt worden ich bin ich find's ok komm scheiß drauf raus ja den Trauma schau ich mir nicht weiter mit an nein haste recht es müsste aber ja gut jetzt müssen wir einfach nur warten den Moment ich vermute mal das wird ja gleich zu Ende sein achso ja eben du willst ja ich kann ja dann die Normandie kaufen dann werde ich meine Normandie doch gleich mal anziehen ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ob die schon alles an hat ist die überhaupt das ist das tier 6 ne ja warum es so umständlich und so einfach geht da ist sie doch warten wir diesen kurzen Moment noch ja ja kein stress ich muss eh Kapitäns EP verteilen ich hab da 65.000 EP sehe ich grad dann machen wir da mal einen 13er Fall ja aber sowas finde ich immer ärgerlich wenn du wenn du wirklich merkst da ist dann ähm letztlich ja warum ist der bis zum Ende übrig geblieben weil der alles aus dem oder allem aus dem Weg gegangen ist und wenn du als Schlachtschiff wirklich als letzter übrig bist und der hatte ja auch kaum HP verloren dann hat der einfach aus der Entfernung geschossen hat sich schön fein rausgehalten hat alle anderen wegschießen lassen und ist jetzt zum Schluss da und wird jetzt auch rausgeschossen weil 4 oder 5 die sie noch waren gegen einen das funktioniert nicht die waren ja auch nicht mehr so richtig gut davor also wenn du dann gegen 2 sieht das noch ein bisschen anders aus aber nö nö das funktioniert einfach nicht auf der Wand auf die Uhr 17.15 ui noch eine dreiviertel Stunde und was haben wir 13 Citas ja da da muss noch was gehen ja aber wenn du willst wir können noch ein wenig länger machen ne warte da kommt grad was so weil mein Date ist erst um 8 zum Sea of Thieves spielen ja guck mal da haben wir doch schon mal 48.966 was bedeutet der kleine Captain kriegt eine Normandie eine Normandie oh Senorita Normandie ja so oje oje da muss ich ja auch noch wieder reichlich investieren ja na gut egal erforschen erforschen ey die drehen komisch die Schiffe die drehen komisch dann hat der Agalex irgendwann gemerkt dass er ohne Verbesserungen fährt ja das werde ich jetzt gar nicht weiter kommentieren erforschen erforschen ja kaufen ja sowas habe ich dann immer die Free XP weil jetzt da 3 bis 17 Runden drehen um sich das Schiff komplett zu erforschen finde ich immer doof fährst mit so einem halbgaren Schiff durch die Gegend ja also ich finde das mit den Free XP völlig legitim dafür hat man sie ja ich mein ich hab mich mit meinen 370.000 bis zum 7er hoch gekauft und das hat mich grad mal 200.000 Free XP gekostet und ich hab aber Spaß und hab alle 3 oder alle 4 Schiffe oh kaufen oh Rabatte auf das ok so 72.500 bis zu Lyon naja dann so was bauen wir denn jetzt hier für nette Verbesserungen ein da werden wir die Hauptbewaffnung wieder schützen bin ich gespannt dann muss man meine aufrufen dann Schadensbegrenzung ja da gibt es ja nicht so viel anderes dann haben wir hier ja nun wird es schwierig so Flugabwehr hat der 21 mit allen Worten gar keine ähm ja gut dann geht es auf 25 das ist jetzt aber auch nicht wirklich viel ja also ich hab die für die Zielsystemmodifikationen ja da bin ich auch dran und hier Steuergetriebe oder Schadensbegrenzung die dreht relativ gut ich hab die Schadensbegrenzung genommen werde ich auch nehmen äh ich find sie sehr wendig also ich find sie eigentlich ist ein schönes Schiff weil sie hat halt extrem viel Wumms also das also das das mit der äh Missouri ja find ich auch kann man es gut machen aber ich muss gestehen also ich hab ja die Missouri schon Peinelein 70k fehlen noch gut das ist ja aber nicht mehr viel ich hab die Missouri und ich hab die die Nelson also von daher musste ich nichts mehr aufheben ich hab die aufgehoben seit den Panasiatischen DDs weil die hab ich nicht gespielt weil ich ja keine DDs mehr spiel äh und dann leppert sich das dann ist die Missouri dabei rausgesprungen und 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 na gut ohne Premium ist schwierig dann Respekt davor dass du überhaupt 70k unter der Missouri bist ja das ist cool und freu dich auf das Schiff das ist ein geiles Schiff Tarnung was haben wir für eine Tarnung drauf wir haben momentan alle Schiffe mit 125% Kapitäns EP ja warte mal ich muss den Kapitän das mal umschulen ich brauch den jetzt von anderen Schiffen und da ist er von der ne nicht von der Algerie von der nein 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 will ich nicht von der Bretagne ja und 500 Gold nehm ich da doch in Kauf sooo da haben wir das 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 ist alles gut das ist kein Gold das sind du Blonen meine die äußeres ich weiß immer noch nicht ich hab ja nur reichlich 777 freie EP und ja was haben wir denn hier das ist doch französisch ja aber das gibt ja auch nicht wirklich viel dafür na ist egal dann hauen wir da die revolutionär drauf und dann ist gut ich bin schon mal breit echt ne da brauche ich noch einen Moment ja alles gut kein Stress ja so das habe ich das habe ich das habe ich das habe ich auch ja dann bin ich auch breit aber wie schnell doch so zweieinhalb Stunden rum gehen ne wenn man Spaß hat das unglaublich wie die Zeit vergeht wenn man sich langweilt ne wenn man sich langweilt ne wenn man sich langweilt ja das hatte ich heute morgen im Büro eh ich habe heute so ne scheiß Arbeit gehabt hier so 1500 Bilder bearbeiten juhu was haben wir denn da was lese ich als erstes Silikon Jianwei naja immer auf Gefecht starten zu klicken was haben wir denn da noch alles so ne Kamikaze R auf der Gegenseite okay nicht so schön na ja 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 von allem was dabei kann man nicht alles sagen die anderen haben wieder ne Orion das ist aber auch ne die anderen hatten jetzt eben ne Fehldivi und haben gewonnen ja klar dann hoffen wir mal dass das jetzt kein Zeichen ist dass Fehldivis äh gewinnen können im Standardgefecht weil die anderen haben ja schon wieder eine Fehldivi ne Orion da drin weißt du was wir jetzt machen jetzt warten wir erstmal wie sich das Team verhält vielleicht hätten wir vorhin einfach mitpushen müssen wenn wir mitgepusht hätten wären wir vielleicht durchgedrochen naja gut ja 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 mehr wie trotzdem verlieren wäre nicht drin gewesen das stimmt so waren wir hinten auf verlorenen Posten haben gut ausgeteilt aber sind trotzdem im Endeffekt ganz Verlierer vom Platz gegangen ja das ist richtig kann ich nicht anders sagen also wir warten erstmal heißt jetzt aber nicht wir starten nicht nicht den Motor ne danke danke ich seh da gerade qualmen kommen alles ist gut mit halbem Impuls grad aus halbem Impuls ich warte da auf der Map eh nie so da wo eigentlich immer das B Cap ist so in die Richtung echt also ich tendiere hier immer wieder irgendwie dann tatsächlich da runter zu den drei Inseln weil in der Regel von der anderen Seite die eben auch dahin fahren aktuelles aktuelles A Cap da kann man sich kann man sich so schön hauen dann mit den Jungs und Mädels die da kommen ich find das Schiff geil das das ja also ich ja ich kann das schon nicht beurteilen ich will mal schauen also ohne Steuergetriebe wie der sich dreht ey ist so geil das muss ich jetzt auch sagen also da alter Schwede der geht ganz ordentlich rum erinnert mich so ein bisschen an die Warspite wenn er dreht dreht er richtig naja die Warspite ist eher wie ein Klotz im Wasser was ja ich kann das Schiff einfach nicht ab aber da kommt der Indianapolis Indianapolis 19 Komma und er kommt hier geradeaus auf uns zu so ein Schlachtschiff das mir keinen Spaß macht die Dings die Warspite ich kann mit dem Schiff einfach nicht ich weiß nicht warum und das komische ist Schwester Schiff die Queen Elizabeth ist ja eigentlich das Schwester Schiff und mit dem komm ich klar ok warum auch immer sag mal will der mit der Indianapolis jetzt wirklich weiterfahren immer weiterfahren der muss doch mal wegdrehen jetzt mal ernsthaft komm dreh doch mal der fährt rückwärts nein der fährt vorwärts nein der fährt vorwärts jetzt habe ich ihn getroffen der kommt hier richtig schön auf mich zu allerdings laufen da Torps auf ihn zu und wenn er dann auf die Torps jetzt eindreht dann ist alles gut der fährt da voll rein aber genau der fährt da voll rein so jetzt ne der fährt da durch ja aber jetzt kriegt er einen so und dann kriegt er von mir jetzt auch einen aber der ist ja so schnell unterwegs mal gucken boah 3-1 habe ich mir nur verpassen können das ist schwer einzuschützen ja der fährt vollgeist hier auf uns zu und ich weiß nicht warum der hat keine Torps stimmt der hat keine Torps null das gibt überhaupt keinen Grund warum der nach vorne fährt ja der hat keine Torps in 3 Sekunden hat sich's auch erledigt für ihn sag ich mal hoff ich mal ja 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 na gut dann hätte ich mir meinen Schuss sparen können so da ist auch ne Kirov der ist genauso mutig ja also hier auf dieser Seite scheint nicht ein zu viel zu kommen muss ich gestehen ja dann doch da kommt ne Iron Duke ja aber ich zieh schon mal ein bisschen rüber so pass auf die Kirov wo will der hin da will der hin direkt auf direkt auf die Gegner Base na und Kirov was sagst du was sagst du was sagst du oh 950 nur oh jetzt dreht er bei mir auch raus so ein Dusler ja also irgendwie bestanden alle Stationen Feuer auf das Ziel konzentrieren ja ich dreh die Waffen und fahr Richtung Base und wir bekämpfen die zwei Schlachtschiffe die da drauf sind oder? die Kamikaze kommt da auch wo? ah da ja ok da ist schon noch ein Stück weg wir drehen die Waffen naja willst du nicht die zwei Schlachtschiffe da unten bekämpfen oder willst du weiter Richtung Hauptflied bekämpfen? zwei haben mich ja auch gerade aufgeschaltet warte mal ich gebe erst der New Mexico mit so so da haben wir doch mal schön den ersten gedodged oh da sind da sind auch drei ok daher so ich glaube auf die Kirov brauche ich nicht mehr schießen oder doch 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 oh da der fährt rückwärts dann muss ich jetzt echt die Waffen drehen so also toll jetzt ist er raus ähm ja jetzt habe ich hier ein kleines Problem ich werde ihn mal abbremsen äh und werde mal diese Insel nutzen du fährst gerade zum Mittagessen und du bist das Hauptgericht ja genau so da haben sie mich auch schon gleich angesteckt aber ich werde jetzt hier einfach mal gemütlich einparken weil die fahren weiter siehst du und schon bin ich nicht mehr zu sehen ja dann werde ich jetzt wohl gleich die nachspeisen Problem gelöst so und warum soll ich jetzt hier raus fahren solange meine Türme noch nicht gedreht sind so und 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 aus bis out Du musst jetzt bloß mal bremsen, die anderen zwei können nicht auf mich schießen, dann können wir den in Ruhe rausnehmen. Ja, das Problem ist, die können aber in Ruhe jetzt auf mich schießen. Alle drei zielen ja auf mich, beziehungsweise... Ich weiß nicht auch, warum die abdrehen. Unsere Adler ist schon im Cap. Ah, ja, das ist natürlich... Baum. So lauter Lyon gar nicht mitgekriegt, aber der ist jetzt out of order. Kannst du gleich von Anfang an mit auf die Orion wirken? Ich habe gerade der Iron Duke nochmal einen verpassen dürfen, nochmal 11.000. Okay, weil der kommt jetzt hier gleich auf 6 Kilometer bei mir raus. Okay. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, vor mir ist auch noch die Gede. Ich kann eigentlich gar nicht eindrehen, ich muss... Ne, ich tu mir leid, ich kann nicht eindrehen. Alles klar. Der macht mich platt. Ja, da muss ich wegdrehen, weil es ist ja alles frei, kann ich nicht alleine. Ich habe jetzt nochmal auf die Lyon. Oh, mir ist die Leander. Ja gut, aber das sind noch 10 Kilometer bis zur Leander. Oh, 6000. Oh, Egle, bitte bleib drin. Ja. Aber das sieht so aus, als würde der drin bleiben. Ja, jetzt habe ich schon die erste Quittung gekriegt, jetzt sind sie zu dritt. Die kleinen... Nein, keine Schimpförder. Ja, ich versuche jetzt hier irgendwie... Naja, das waren doch mal 12.000 auf die Orion, das war doch ordentlich. Gut. Aber jetzt, nichts wie weg, ey. Ja, pass auf, ich kann dir sonst auch vielleicht nochmal helfen. Ich halte denen den Arsch hin und dreh bloß zum Schießen ein. So, ich will das gar nicht so genau wissen, was du mit den Jungs machst. Ja, aber wir sollen die Lyon erst rausnehmen. Auch wenn er brennt. Ich habe jetzt auf die Orion, weil du gerade sagtest Orion. Ja, ich glaube, das reicht schon. 3.100. Ja, ich glaube, ich greifen ganz gut. Warte, ich muss hier jetzt echt Schlangenlinien fahren. Das hat nicht gereicht, um den zu versenken. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, die... Hat er gelöscht. Ah, da ist er. So, pass auf, die Gede hat sich erledigt. Pass auf, der ist vor dir, ne? Der ist da. Ja, ich kann mich bloß nicht anders drehen. Ich versuche da mal mitzudrehen und mitzuhelfen. Jetzt war auch noch das Ruder kaputt, jetzt musste ich reparieren. Na, danke. So, jetzt die Lyon soll dich haben, aber ich glaube, ich gehe gleich mitbaden. Ich befürchte... Ah, ja, super. Tausend. Nice. Also, ich finde die Franzosen-PB super. Äh, Sys-Egon. Also, ja, ich muss auch sagen, also mal abgesehen davon, dass wir eine Britannia auf dem letzten Platz haben, dass ich irgendwo im Mittelfeld bin und du auf Platz 4, joa. Also, ich würde vorschlagen, wir spielen das Ding einfach nochmal. Ja, gern. Denn, ähm, das war ja nun ein sehr überschaubares Match, muss ich gestehen, ne? Also, irgendwo schnell weg, sozusagen. Aber, nee, also das, äh, die AP, boah, alter Schwede. Ja, haut gut rein. Die haut aber richtig was rein. Nee, auch die Wendigkeit und überhaupt, diese Viererrohre sind extrem geil. Ja. Ähm, bei der Lyon finde ich es fast noch geiler, das ist die mit den 4x4. Ich habe sie vom Dreier bis zum Siemer alle gespielt, das war kein schlechtes Schiff dabei, außer dass der Dreier streut viel. Der Dreier streut es aber sehr diplomatisch ausgedrückt. Wie ein Sieb. Alter, das ist, ne, der Dreier ist ein Hammer. Wirklich. Oh, Signale. Sieben und noch eins. Acht. Den Dreier habe ich im kleinen Account, also im zweiten Account. Und, ähm, da habe ich eben die Britannien nicht, sondern da fange ich unten, oder da habe ich bei der 3 angefangen, habe so gedacht, ach du, ist doch alles gut, dann fahr mal. Alter Schwede, auf den Zerstörer, der irgendwie, weiß ich nicht, jetzt kein Spruch, 4, 5 Kilometer weg war, voll raufgehalten, ein Treffer. Und der Rest um den rum irgendwo ins Wasser. Ey, das war, das war wirklich sehr... Ich habe zwei, drei Spiele mit dem Schiff gemacht, letztes Mal nachts. Bin dann eigentlich sogar relativ gut gelaufen, wenn du dich mal an die Streuung gewöhnt hast. Du musst einfach ein bisschen höher ziehen, habe ich so das Gefühl. Naja, aber... Die Mumbeln fallen zum Schluss so einfach so, puff. So komisch. Das ist, äh, das ist schon sehr abenteuerlich, finde ich. Aber es wird tatsächlich dann besser. Also auf der 4 geht's schon, jetzt die 5 ist eigentlich schon wirklich sehr präzise. Und jetzt hier die 6, ja. Na, Peinelein, das kriegst du doch hin, oder? So eine Mission bis zur Egle. Und es spricht mir wirklich so aus, wir haben es uns nämlich von dem Google-Übersetzer vorlesen lassen. Ja, das heißt ja noch nicht wirklich was. Egle. Also, die Frage ist auch, heißt der nun Egle? Nein, also der Google-Übersetzer sagt ganz deutlich Egle. Ich habe ein Jahr Französisch gehabt, ich glaube ich war 5 Mal drin. Ja, kann ich toppen, aber ich würde das jetzt nicht sagen. Das ist, das ist, äh... Das ist sonst echt böse. So, was haben wir denn jetzt hier? Wieder ein Standard-Match. Tief, wohin? Tja, tja, tja. Ähm, pum, 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 pum. Jetzt bin ich unentschlossen. Also, die Suhio steht da, jetzt ist die Frage von wo aus. Also, wenn ich sehe, wie die Ds fahren, dann lass uns doch so, äh, zwischen, zwischen das normale A- und B-Cap fahren. Zwischen die, die Inseln. Ach, sag mir, irgendwas, nee, sag mir irgendeine Zahl oder Bestabe. Äh, E4. E4, A, B, C, D, E4. Ja, gut, okay, fahren wir da rüber. Da muss ich meine Türmels mal einmal drehen, aber... Ja, warum auch immer ich? Das mache ich. Einmal drehen. Ey, Alter, was ist das denn? Ich habe keine Verbrauchsmaterialien, keine Premium-Verbrauchsmaterialien drin. Ja, das kenne ich irgendwoher. Habe ich vergessen, dass... Letzte Woche hat da einer über mich gelacht. Oh, ich hatte die doch... Ich hatte die doch drin. Aber ich hatte sie drin. dann musst du vorfahren du musst vorfahren du musst in Brand gesteckt werden ich muss nur austeilen naja, ich bin in ein Paket, es schmeckt auch geröstet oh, da kommt der CV schon CV ist natürlich Gift für die Franzosen also die Luftabwehr ist so gut wie nicht vorhanden 21 das sagt doch alles da hat jeder Zerstörer auf Tier 4 mehr 21, das ist gar nichts, echt da lobe ich um meine Oktoberrevolution hören so ein bisschen auf Anti-Air weiß gar nicht, wo es meine Oktoberrevolution hat aber so toll ist doch die A-A-A von der auch nicht ich habe halt meine König auf A-A also meine König ist meine König ist ein A-A-Monster so, Fusho und Ondu mal gucken, ob ich dem da helfen kann der Minikase so geht der letzte Salve yo, 2,8 auf die Fusho ja, nochmal 950 von mir hat er doch schon nur noch die Hälfte zählt nicht rückwärts so, und ran an die Emil Baton ja, von wegen Minikase nebelt Faragut fährt aber mit hin das ist cool das ist sehr cool, dass die Faragut da hilft Neu-Mexiko ne, Neu-Mexiko will ich nicht wir müssen uns jetzt entscheiden pushen oder äh ein pushen ist verteidigen äh, verteidigen ist pushen wie auch immer ach, einen defensiven Kreis ja genau einen defensiven Kreis Feini schön, dass du da warst viel Spaß noch jo, ciao und hau rein hause weg sieh zu, dass du die Mission noch schaffst ich ich liebe es ja wenn man von Flugzeugen gespottet wird und nicht zurückschießen kann und da irgendwo aus dem Nebel nun irgendwer auf einen zielt und jetzt in dem Fall sind es hier sogar drei die auf mich zielen da heißt es schon wieder schön einfach ein bisschen querfahren wo kommt denn da alles äh wo schießt ihr denn rote kleine Böbelchen guckt doch hin da ist Emil Baton da ist mit dem Ding oh und auch noch gegen zu na Emil und fährst weiter zurück oder ja Emil kriegt eine Zita wenn aber auch mal Zeit oh da ist und eine von mir auch noch und der hat es überlebt oh der überlebt zwei Zitas wie geht das mit einer Emil oh Engle wo äh ah jetzt fünf zielen auf mich alter ich muss jetzt aber auch hier ran fünf auf dich und zwei auf mich sind sieben wo sind die alle so jetzt sind es aber auch nur noch zwei da ist sie 950 das hätte ich aber jetzt ein bisschen teurer erwartet muss ich gestehen Gott I help this to hero wieso ey die Mutsuki ah ja ja aber da haben wir ja nur eine Lagerlisionär da hinten der kann dem doch problemlos helfen kann er wenn er will wenn er will und wenn er kann so diese Normandie der da kommt der hilft ihm nicht ich befürchte ich habe hier gleich ein Problem ich muss hier ich muss hier abbremsen und muss hier rum weil sonst kriege ich hier gleich von der Fushontorps ich dreh also Cleveland ja genau so hier das schadet nicht wenn man sich bewegt und Normandie ich hoffe er hat mich verstanden das war doch eigentlich geil so Normandie schießt HE vollgas und kriegt AP 950 alter da habe ich immer bei einem eingeschenkt ach so weil er abgedreht ist ja ach jetzt wo ich gedreht habe bequemt sich die Lagerlisionär auf und dann schieße ich gleich auf die Ecke oh jetzt erst erstes Blut okay ja und die Emil kriegt doch unsere Emerald raus ich werde weich Beckler ist raus Emil Bertin ist raus und schon steht es 3 zu 1 immer locker bleiben so an die Nürnberg komme ich nicht mehr ran 2 Sekunden noch mit dem Brennen dann ist das immer durch ich bin addict Normandie na mein Freund du drehst wieder raus da ist noch eine Normandie da ist noch eine Normandie und auf 4 Zielen auf mich dann muss ich aber mal gucken dass ich ein bisschen so 6-2 das machst du nicht zweimal mit mir drehen 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 jaaa und da kommt wieder hei und der 950 auf die Newmax da wirds mir ja schlecht mein Freund Cleveland und du bist der mit dem guten mit dem guten jaaa du jaaa du auf wen hast du geschlossen du böse Puppe tu 950 ey das ist doch ätzend macht einfach keinen Spaß und da kommt es aus oh da ist ne da ist ne Nürnberg ja ja der meint mich bespaßen zu müssen na dann bespaße ich dich doch mal auch naja wenigstens getroffen aber irgendwie ich weiß nicht letzte Woche haben die Kanonen irgendwie mehr Schaden gemacht hab ich so das Gefühl Nürnberg dreht rein aber naja gut 2-1 sind wir hin und schon wieder zählen 4 auf mich hier was ist denn hier los ich fahr jetzt gegen die Newmax direkt die sind jetzt nur noch 8km der zeigt mir so schön die Seite jetzt alter Schwede der irgendwer hat mir da jetzt ne Cita gedrückt mich nervt diese Cleveland dass der hier die ganze Zeit direkt neben mir fährt der also die Newmax ist raus ja das kann ich auch nicht haben wenn ich ständig ein Kreuzer am Arsch habe also pfff das ist so ätzend du kannst dich überhaupt nicht bewegen ne Problem gelöst und als Schlachtschiff wenn ich mich nicht bewegen kann dann kann ich irre werden ja ja vor allen Dingen ich feiern nicht wie ein anderer so typisch Schlachtschiff ich wedel ja auch mal ne mhm so komm und schon boah war die Dekras so schnell alter Schwede der stand aber sofort sowas gibts ja gar nicht der stand sofort ja ich hab auch grad gegen die Dekras auf 3 Seite Wasser geschossen so kenne ich mich hier gar nicht ich bring auch mal wieder keinen Schaden zusammen also ein Spiel läuft bombast 25.000 hab ich jetzt 25.000 hab ich jetzt ich 25.8 das ist auch ne komische Runde ne der ist auch weg das ist ne komische Runde du kannst machen was du willst wenn du keine Gegner hast auf die du schießen kannst mir sollst du Schaden zusammenbringen nein 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 ich will keinen Verbetung fliegen nein naja gut vor dem einen hab ich jetzt keine Angst dafür natürlich sofort mit der ersten Bombe angezündet ist ja klar oh oh Gott sei dank ich hab die Cleveland abgeschüttelt oh was kommt da das ist Normandie also 950 Alpha Schaden für ne Murmel von einem 6er Schlachtschiff naja wohl Alter was war das denn die gehen ja 50 Meter vorm Schiff auf hier die Torps von der Flüchtung na Nürnberg krieg ich dich noch am Arsch ja aber nur am Arsch konnte nicht weit genug vorhalten ich wusste genau dass das nicht reicht schade eigentlich au oh plötzlich sind da vier Leute auf der anderen Seite hat sich der mit seiner Normandie ein bisschen an Kraft gedacht wenn er abdreht da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen rausdrehen na wo schon na toll jetzt hab ich die Kanonen komplett zerrissen Einzelfeuer ah ok ich hätte gar nicht so lange drehen müssen ah weg ist er 950 hab ich gekriegt wieso wieso kommen denn da jetzt schon wieder Torps wo kommen die denn her wo kommen die denn her die kommen noch von der Fushon das geht eigentlich gar nicht die Cleveland hat die Fushon rausgenommen die Cleveland steht zwischen mir und dem ehemaligen Standort der Fushon und spottet die Dinger nicht früher erstaunlich wirklich erstaunlich aber ich könnte mir vorstellen dass das knapp wird für die anderen das noch zu gewinnen ein bisschen wo bist du denn wie komm ich denn jetzt zu dir warte mal da muss ich mal ein bisschen hin und her springen oh nicht schlecht mit zweimal klicken habe ich es geschafft da da taug mir immer noch ein Kill ab nein nein ich kriege ihn nicht 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 aaaaaaah was auf 8.9 Kilometer Er hat in dem Moment gerade rumgezogen, aber ich denke, der killt doch noch. Nein. Und damit war es auch. Schluss. Fine, fine, fine. Da haben sie mich rausgeschossen. Ja, aber guck mal, wir sind... Klassisches Mittelfeld. Ja. Ja, so richtig, die Burner-Runde war es jetzt nicht, aber... Nö, nicht wirklich, wenn ich das überlege hier. Äh, was, 35.000 Schaden. Oh, habe ich ein bisschen mehr. Eine Zitat, aber immerhin. Immerhin. Die habe ich auch. Oh, und die letzten Container sind auch voll. Na, das ist doch prima. Container? Container? Nein, brauche ich noch. Habe ich noch keinen. Willst du wieder ohne Premium? Ja. Ja, dank Weihnachtswichteln habe ich da mal noch 300 Tage oder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also, mit anderen Worten, wenn wir jetzt tatsächlich noch das zehnte Gefecht machen und das auch noch gewinnen, dann haben wir... Haben wir 80 Prozent. Was rede ich hier eigentlich? Stark. So. Selbst wenn wir es verlieren, haben wir 70 Prozent. Das ist auch stark. Was willst du spielen? Das überlege ich gerade. In welche Richtung wollen wir denn nochmal? Von mir ist das völlig bummel. Kann auch mit 70 Prozent leben. Ja. Aber ich habe keinen Bock auf Zehner. Nee. Muss ich auch sagen. Habe ich auch nicht wirklich Bock. Ich habe viel mehr Spaß, wenn ich Fünfer bis Siemer bis Achter fahre. Ja. Oh, da sagst du was. Da sagst du was. Oh, ich habe Achter gesagt. Ja, genau. Aber ja, als Achter kommen wir sowieso wieder in Zehnergefecht. Ja, das ist ja Murphy's Law. Aber dann fahre ich lieber mit meiner Tierpitz rum. Die ist wendiger. Also es kommt eine Achter, sehe ich das richtig? Na, ich war jetzt gerade eben wirklich am Überlegen. Oder wollen wir nochmal deine Nikolai spielen? War ich auch am Überlegen. Finde ich ja auch immer ziemlich geil mit dem Teil. Komm, du eine Nikolai, ich eine Kaiser, dann schießen wir noch ein paar Zietas. Ja, also ich wäre sonst bei der Norka gelandet, vermutlich. Ja, wie gesagt, ich spiele die Moskaliner ja auch gern. Ja, ich hätte die Alabama dazu und so. Lass uns mal den Vierer machen und dann können wir von mir ganz zum Schluss, machen wir halt noch ein Spiel mehr und dann spielen wir den... Lass uns mal den Vierer machen, hallo? So was. Ne, 15 Zietas, also da müssen wir jetzt noch ein bisschen nachlegen, ne? 15 habe ich aber am letzten Mal alleine geschafft. Ne, ich weiß gar nicht, wie viel ich da hatte. Weiß ich wirklich nicht mehr. Doch, ich glaube 15, weil ich auch schon gedacht habe, mache aber fleißig. Ja, schon wieder 170.000 Free EP, ist doch cool. Oh, nur noch 61. Hm. Was wollte ich jetzt machen? Bereit klicken, oder? Habe ich alles von der Meinung? Bereit hat gewisse Vorteile, ja. Jetzt. Ja, und schon geht's ab. Und ab geht die Fahrt. Wer will wieder dabei sein, der will wieder mitmachen hier. Jünger Mann zum Mitfahren gesucht. Hätte ich fast mal gemacht. Echt? Also, ja, ja, fast. Okay. War mal am Kuba-Geschützenfest zu ganz jungen Zeit. Kurz nach dem Zivildienst hat mich das tierisch gereizt. Da kam mir dann aber eine verflossene, also eine Frau dazwischen und dann habe ich es gelassen. Und ich hätte von heute auf morgen mitfahren müssen. Das war das Schlimme dran. Okay. Ich hatte einen Job und dann hätte ich erst den Job kündigen müssen und bla und blub. Aber hätte ich gern gemacht damals. War ich 18 oder so. Wäre bestimmt cool geworden. Hat leider nicht geklappt. Hm. Wer weiß, was aus dir geworden wäre. Ah. Nee, hängen geblieben wäre ich da nicht. Was mich daran gereizt hat, war, nach dem Zivildienst war ich frei wie ein Vogel und dann war ein halbes Jahr durch Deutschland tingeln. Wäre schon cool gekommen. Ich habe es dann anders gemacht. Ich war ein Vierteljahr in Frankreich, also das war auch cool. Mit eben besagter Frau, die da dazwischen kam. Sind wir mit dem Rucksack ein Vierteljahr durch Frankreich getigert. Wo wollen wir denn hin? Also ich habe gerade einschlagen Richtung C-Base. Ja, aber guck dir mal an. Also ich finde sowieso, wir haben heute relativ viele Standardmatches. Ja, und wir haben auch relativ gute Teams. Muss man jetzt mal auch ganz ehrlich dazu sagen. Ja, aber wenn ich jetzt das sehe, wie wir uns hier aufgestellt haben. Also wir haben hier keinen Zerstörer, wenn wir in den Norden fahren. Ich fahre in den Norden. Ja, aber da ist kein Zerstörer da. Wieso haben wir eigentlich schon wieder eine Callback in der Divi? Kannst du mir das verraten? Kriegst du das mit dem Schloss nochmal gepackt? Ah, da habe ich tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht. Also wirklich jetzt war das. Ist ja nice. Und auch noch ein Teamkiller. Zwei Teamkiller. Zwei Callback Teamkiller. Ist ja heftig. Ist. Nix. Er tapft dich. Also zwei, zwei Callback. Das ist schon verblüffend, oder? Ja. Belarusian Front. Jawohl. Weißrussische Front. Oh, bitte fahrt nicht in die Gate. Oh doch, bitte. Dann wird es berechenbarer. Die haben keine Torpedos in ihren Callbacks. Ja, wer weiß. Die beiden, da traue ich da einiges zu. Da wollen wir doch schon mal die Waffen hin ausrichten, obwohl das spottet ja keiner. Mensch, Jungs, ihr müsst doch sehen, dass die Schlachtschiffe alle in Aufer tragen. Wir brauchen jemanden, der spottet. Bitte. Ne, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Die Callback fährt natürlich gleich. Ich kann, die eine, die weißrussische Front fährt gleich komplett außen rum. Ja, dafür lässt der andere sich gleich versenken. Ich spawne in der Mitte oder rechts außen. Dann muss ich natürlich erst mal nach ganz links außen fahren. Es könnte ja sein, dass ich zwischendrin sonst was verpasse. Ich bin entdeckt. Du musst, ja, dann ist da einer in der Gasse. Jetzt bin ich auch entdeckt. Alter Schwede. Also ist einer oben. Dann ist keiner in der Gasse. Ne, ich weiß nicht, wo du entdeckt wirst. Aber vermutlich. Dann kommt wahrscheinlich da einer. Ja, vermutlich. Dann sind wir doch mal so freundlich und lassen mal. Der Ballerofon da, den Vorsprung. Oh, da kommt der Wyoming. Ja, genau. Das wird jetzt... Gegnerischen Zerstörer eindringt. Wyoming. Ist vermutlich auch fix unterwegs. Da ist die Isokase. Okay. Da haben wir doch schon den, der uns aufgemacht hat. Guck mal, 6,5. Auf die... Ja, die Isokase. Jetzt kommt der sogar hier auch noch näher. Jetzt ist er auf 6,5 Kilometer dran. Jetzt fällst du auf. Das gefällt mir gar nicht. Die Colvac-Ferlin in der Mitte durch und cappt das alles weg. Und zack, ist das Spiel zu Ende. Erstes Blut. Okay. Da hat die Clemsen die Karlsruhe erwischt. So, jetzt ist die Frage, hat die Isokase auf mich getorpt oder auf die Belerofon? Da ist noch ein DD. Ne Praruan. Oh, ich schieße und dann gehe die Taucherhühe auf. Ja. Drei Zielen habe ich auf die Isokase noch mal gemacht. Dann muss ich aufpassen, weil der torpt bestimmt auch nicht. Das hat ein 7 Kilometer torpt. 21 Kilometer... 21 Sekunden brauche ich noch. Wir haben uns für die richtige Seite entschieden. Hier ist aber was los. Ne, der hat nicht auf dich getorpt. Der hat auch auf die Belerofon. Ich werde dann trotzdem noch mal auf die Isokase. Oder hast du sie? Glaube ich erwischt den gut. Nein. Nicht zum Glück ist vorbei. Nein, nein, nein. Immer muss ich das machen. Immer muss ich das machen. Nein. 1, 7, 20. 924 lasse ich da stehen. Da hätte ich auch die Tenryu rausnehmen können. Obwohl, der wird jetzt auch getorpt. Der torpt jetzt auf mich. Und weg ist er, ne? Ja. Davon gehe ich jetzt mal fest aus. Oh, nee! Watt. Na gut, jetzt ist er weg. Und die Belerofon ist auch weg. Und jetzt sehe ich auch die Isokase nicht mehr. Die beiden sind wirklich weg. Unglaublich. Aber die Isokase ist ziemlich down. Ja, die ist komplett down. So, Wyoming. Wenn du jetzt weiter eindrehst, um dich hinter der Insel zu verstecken, dann haut dich aber der Treffer richtig weg. Alter, schau dir. Muss man echt ein bisschen... Da ist noch eine Wyoming. Ja, ja, ich sehe schon, der kommt auch. Das Problem ist, ich werde mal abbremsen hier. Wir haben jetzt die ganze Zeit gespottet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da... Du wirst gespottet? Ich bin zu. Nein, ich war. Jetzt bin ich wieder. Aber ich würde mich immer so ein bisschen hinter dieses Wrack positionieren. Was, wenn jetzt einer, der auf mich getorbt hat? Da kommt noch eine Nassau. Alter, was ist denn hier los? Da haben wir uns tatsächlich die richtige Seite raus. Siehst du, habe ich die richtige Riecherkappe. Temio haut ab. Was bitte macht der Rest von unserem Team? Und die Miyogi ist... Oh, gut. So. Oh, Wyoming. Wyoming kriegt jetzt von mir hier einen. Und das sind... 12.619. In Nassau haut ab. Ich will einfach mal ein bisschen Abstand zu den Zerstörern kriegen. Das ist mir ein bisschen zu eikel. Oh. Oh, die Zwei-Linie... Er spielt sogar halbwegs clever. Das sieht er nicht. Hey, was ist denn das da unten? Auf der Dreierlinie? J3. 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 Jo. Der hat sich da zurückdrängen lassen, würde ich sagen. Kann man machen. Sollte man aber nicht. Kann man, muss man nicht machen. So, ich glaube, bevor ich der Nassau von hinten ein, oben drauf schieße. Dann pulle ich gleich mal der Miyogi ein. Aber der dreht jetzt auch extremst ein. Der dreht wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ein. Deswegen drehe ich jetzt auch wieder ein. Unsere Kohlberg fährt da Kamikaze gegen ein Schlachtschiff. Will der den Rahmen? Was soll das denn hier? Oh. Nein, will ich nicht. Ey, was macht der mit der Kohlberg? Er macht was mit der Kohlberg? Komm mal auf die Minimap. Ja, ich guck grad. Der fährt Kamikaze-Angriff. Oh. Ohne Torpedos. 2.5 York. Kohlberg setzt sich selbst als Waffe ein. Oh, jetzt kommt die andere Wyoming da wieder. Und fährt schön breitseitig. Ich lenke schon ein, ich lenke schon ein, ich lenke schon ein. So, Wyoming ist aufgeschaltet. Jetzt lenkt der Waffe wieder weg. Und die Wyoming schießt. Das ist doch genau richtig. Und drifft mich mit einer Scheißkugel und ich brenne. 7000 habe ich ihm abgenommen. Da fällt mir sogar das Wasser vom Schreibtisch. Die Miyogi kommt jetzt aus der anderen Ecke. So, aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Wyoming raus, oder? Ja. Obwohl, nee, geht nicht. Er dreht komisch weg. Ja. Und die Miyogi, der fährt jetzt auch weg. Die fahren alle weg. Verdammt. Aber wo sind denn die zwei DDS, ey? Die sind auch weggefahren. Da ist die Miyogi. Er dreht jetzt auch total weg. Da ist ein DDS. Oh. Äh, die Prarang ist auf 21 Kilometer, also der ist bei den anderen. Aber das ist ja nun nicht wirklich so das, wo ich jetzt echt Angst habe. Jogi. Da ist einer bei uns im Cap. Dann weißt du jetzt, wo die Isokase ist. Ich bin dafür zu langsam. Ich auch. Da haben sie uns aber gut geflückt. Ja, das hätten uns eigentlich auffallen müssen, weil wenn der uns nicht angreift, dann muss er ja irgendwo rumschleichen. Also gut. Ich drehe jetzt trotzdem, weil da unten macht keiner so richtig anstalten. Ja, ich habe auch schon gedreht. Aber das schaffe ich nicht. Also doch, die Tenryo. Der fährt zurück. Und der ist auch noch relativ voll. Das ist gut. Dann kann ich ihm vielleicht die Wyoming da vom Hals halten. Ja, okay. Dann lass uns weiter hier rumballern. Oh, nee. Der kommt da durch. Das schafft... Nee, ich muss auch zurück. Ich muss die Tenryo vor dieser Wyoming schützen. Das Problem ist... Dann muss ich auch abreden, weil alleine kann ich gegen die Vier nicht kämpfen. Ach, komm, hör auf jetzt. Ach so, ich habe ja noch die Nassau und die Wyoming dabei. Neueron ist gut. Komm schon, bist ja nicht alleine. Alles gut. So, 5-6 habe ich denen nochmal gegeben. Feueralarm! Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Tenryo, pass bloß auf, dass du dir keinen einfängst von der Wyoming. Ich brauche dich. Du musst da... Da, guck mal. Die Iso-Kase. Da ist so gut wie nichts mehr da. Alle Stationen. Ja, dann wollen wir... Jawohl, aber... Die Wyoming ist gleich noch nicht da. Es bleibt nur noch ein bisschen was. Den Rest gönne ich dir. Jetzt habe ich es verstanden. 11.000 habe ich ihm nochmal abgenommen. Ja, könnte reichen. Ja. Na guck, da ist er doch. Na gut, dann fahre ich jetzt von Teilchen in den Nassau. Ja, ich komme gleich durch die Kohle Gasse, sozusagen. Obwohl das fast schneller ist, wenn ich einmal drehe. Oh, mein Freund. Nicht getroffen? Alter Schwill. Da hätte ich aber dann doch den Moment warten sollen, um ihn zu sehen. Ja, macht ja nichts draus. Ich habe die Nassau mit drei Kugeln getroffen und keinen Schaden gekriegt. Also, sehr komisch ist das heute. Ich habe ihn in den Nassau. So, die Wyoming, der haut mir jetzt wieder ab, oder was? Wyoming, ja, sehr schön. Er kriegt von der anderen Seite Feuer und das heißt... Jetzt darf ich doch von hinten nochmal drauf. Komm, und, und... Da habe ich ihm nochmal die 513 oder wie viele auch immer er hatte um die Ohren gehauen. Und endlich habe ich mal ein andersfarbiges Bändchen da oben. War alles nur grau. So, 8 Minuten haben wir noch. Ihr könntet euch ja jetzt versenken lassen, dann könnt ihr noch ein bisschen Schaden machen. Boah, 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 boah. Die Froah Ruang. Pass bloß auf, ne? Ja, ja, ich sehe ihn schon. Wer weiß, wo der schon ist. Ach, du meinst die Froah Ruang. Ich dachte, du meinst das die Miyogi. Ne, 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 ne. Ja, passt schon. Ich habe nur ein Schiff gesehen und dich reden hören und dann dachte ich, ja, ja, ich sehe den schon. Ah, okay. So, die Miyogi, die könnte jetzt vielleicht gleich ein Problem kriegen. Je nachdem, wie rum er sich dreht. Wenn er jetzt hier reinkommt, ist das für ihn noch okay. Wenn er jetzt, was er offensichtlich tut, wegdreht, weil die Tenryu auf ihn zukommt, muss ich jetzt nur schnell genug sagen. Und du machst da so Dancing with Nassau, oder? Da ist die Froah Ruang. Ich würde ja sagen, der macht Dancing with Kaiser. Ja, und ich würde dann doch lieber der Froah Ruang eingeben, bevor ich jetzt hier den Miyogi eingebe. Da habe ich einfach ein bisschen mehr... Nummer 1, direkt. Respekt vor. Hey, wo ist der schnell? Ra Ruang, eindrehen. Wahnsinn, ist der schnell? Oh, scheiße, jetzt ist die Tenryu auch noch dabei. So, ich gehe in die Offensive. Ja, es sind ja die letzten Schiffe, ey. Wenn der mich rausnimmt, hat er mich halt rausgenommen. Zehn Sekunden hat er noch. Oh, die Tenryu auch. Ja, wen nehme ich mir jetzt? Froah Ruang oder Tenryu? CETA Party, Tenryu. Da kommen gleich Torps, das weiß ich. Ja, ich bin gleich raus, aber ich versuche auch noch ein bisschen zu nehmen. Und da gibt es dann nochmal einen CETA. Der hat mich echt wettgetrunken. Schnell, nochmal so. Boah, was hat der mit seinem scheiß panasiatischen DT für einen Reload? Ah, überfragt. Der ist ein Kilometer an mir dran, ich kann nichts machen. Für die irre. Ah, für... Mit dem einen Turm, mit dem einen Turm, Alter. Oh, Kohlberg. Was hast du jetzt hier vor? Meiner! Meiner! Kling! Gegnerische Schlachtschiff versenkt! Keine Runde. Ja, ja. Na, Spaßbar. Huh. Feuerfest und Red Nutt und zwei Kills, sehr schön. Okay. Eine CETA, drei Kills. 75.000. Zweiter und dritter, passt doch. Oh, jetzt schwitze ich aber. Das war jetzt... Das war cool. Mit so einem Endfight hätte ich... Und mal ganz ehrlich... Die Tendro kriegt von mir ein Spielgut. Unsere. Das, ja. Dass der auf dem Tier zurückgefahren ist, um die Basis zu verteidigen, ist nicht wirklich selbstverständlich. Dann hab ich mich mal angeschlossen, vielleicht freut er sich ja drüber. Wahrscheinlich merkt er es gar nicht. Puh. Cool. Sehr cool. 18,03. 80 Prozent. Dann ist es vielleicht jetzt das Beste zu sagen, die nehmen wir mit. In War. 80 Prozent kann man immer gut mal mitnehmen. Das denke ich auch. Das ist... Ja, was haben wir verloren? Ein Fünfer und ein Zehner. Ja. Aber ansonsten zwischen vier und sieben. Den Rest alles gewonnen. Hat Spaß gemacht. War lustig. Ja. Das muss ich auch sagen. Hat echt Spaß gemacht. Meine Stimme hat auch gehalten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ah, gestern wäre es noch nicht gegangen. Also ich glaube nicht. Okay. Gestern war noch heftig. Aber heute alles gut. Werd gesund. Genau. Sehr schön. 16 Citas haben wir auch geschafft. Besser wenigstens. Das ist okay. Und, oh, mein Magen knurrt gerade. Das ist natürlich jetzt auch eine deutliche Ansage, um zu sagen, war schön, dass ihr da wart. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Bis demnächst. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Ich hoffe, dass es dann wieder Cita Party heißt. Ich hoffe, dass es dann wieder Freitag. Ja, ich hoffe auch, dass es nicht so lange dauert wie beim letzten Mal. Vielleicht sogar zwischendurch nochmal. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Wenn du unter der Woche mal spielen willst und ich soll mitspielen, dann so ab 17 Uhr geht es jeden Tag. Weil ich nächste Woche nur zu Hause bin. Okay, dann weiß ich also, dass ich dringend ab 13 Uhr spielen muss und dann sagen kann, oh, 17 Uhr. Alles klar. Okay, es tut mir ja leid. Ich wollte mich nur aufdringen. Ja, 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 ja. Ja, können wir gucken. Also vielleicht kriegen wir das nochmal geregelt. Wäre ja ganz witzig. Vielleicht klappt es auch mal schon um vier, aber eher so 17 Uhr. Ja. Ja, schauen wir. Alles klar. In diesem Sinne werde ich jetzt hier einfach mal den Endscreen reindrücken. Da ist er schon. Bis demnächst. Ciao, Leute. Mit 16 Zitas sagen wir Tschüss und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Vielen Dank.